Hallo und herzlich willkommen zu den wiegelnagelneuesten Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Euch erwarten drei Besprechungen. Ich weiß, damit rechnet keiner und diese Anmoderation habe ich auch schon tausende Male gemacht. Aber hey, das sind zwischen die 108. Folge dieser Filmkritiken hier bei uns und irgendwann, da fällt mir dann auch nichts Neues mehr ein. Ich möchte an dieser Stelle allerdings mal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was wir hier generell so besprechen und was noch nicht. In der letzten Woche mit dem Starttermin 8. August 2019 haben wir wirklich fast alle Filme besprochen, die überhaupt ins Kino gekommen sind. Zu Berlin I Love You, der wohl auch diverse Male verschoben wurde, hatten wir keine Besprechung. Hier gab es auch irgendwie nichts Relevantes für die Presse. Also ich glaube, da haben wir nicht viel verpasst, dass wir den nicht besprochen haben. Und wir haben auch nichts besprochen zu Der Sommer mit Pauline. Da hat mir die Agentur sogar geschrieben, dass die keinerlei Pressematerial haben. Was man davon halten soll, könnt ihr euch jetzt selbst ausdenken. Dafür werden wir an der zweiten Stelle hier über ACED sprechen. ACED ist ein russischer Film, glaube ich, wo wir kurzfristig noch den Streaming-Link bekommen haben. Der ist an der zweiten Stelle der Besprechung hier und ACED gibt es diesmal als Triple. Denn hier haben unter anderem besprochen die Eva, der Andi und der liebe Sebastian, ein neuer Kollege aus München, der natürlich auch noch die Münchner-Crew ein bisschen verstärkt. War ja klar, denn da gibt es ja nicht eh schon genug Redakteure in München. Aber hey, der ist jetzt voll am Start, hat sich zusammen mit den beiden anderen Hübschen bei sich daheim getroffen. Die haben so einen richtigen DVD-Abend gemacht. So wie früher DVD-Abend-Code-Wort für, naja, ihr wisst schon, war. Die drei haben jetzt aber wirklich einen Film geguckt. Nämlich ACED haben den beim Sebastian zu Hause besprochen. Und ich glaube, das könnte ganz cool geworden sein. Ich habe schon reingehört, sie haben den Film wirklich länger besprochen. Und das, wo der ganze Film doch eigentlich auf Russisch rauskommt und hier eben nur einen deutschen Untertitel mitbringt, was ja immer irgendwie auch eine besondere Herausforderung darstellt. Dann haben wir jetzt noch die Filme vom 15.08.2019, die jetzt ja in dieser Woche alle starten. Und auch da habe ich echt schon viel vorgezogen. Also ihr habt bereits die Besprechung zu Once Upon a Time in Hollywood bekommen und auch die Besprechung zum neuesten Toy Story-Streifen habt ihr bereits vor einiger Zeit bei uns hier im Feed gehabt. Das heißt also, guckt einfach mal, was da so zuletzt alles online ging. Die Besprechung könnt ihr euch gleich direkt anhören. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch freuen zu einer Besprechung zum Film Holiday. Das scheint ein, ja, Thriller zu sein mit vielleicht auch Horror- und Gore-Elementen. Ich habe ein bisschen durchgesappt und konnte davon nicht zu viel sehen. Aber, ja, Anja und Thilo sind es, die sich diesen Film hier für uns angeguckt haben. Die Besprechung kommt hier ganz zeitnah, aber eben noch nicht jetzt. Dann hatten wir auch schon rausgehauen die Besprechung zu Ich war zu Hause, aber. Da war der Lasse ja bei der Kino-Vorführung in Hamburg gewesen, bei der Hamburg-Premiere. Samt Interview mit der Hauptdarstellerin Maren Egert. Dann hatten wir bereits die Besprechung online zu Axel der Held. Den hat, glaube ich, die liebe Lara gemacht. Und viele, viele weitere Sachen, die hier jetzt in dieser Woche anlaufen, sind es dann auch nicht. Also es ist irgendwie noch, glaube ich, ein Remake oder eine Wiederveröffentlichung von Der Schatz am Silbersee und irgendwas, was sich der Spaßmacher oder die Spaßmacher nennt. Es ist eine Dokumentation. Das haben wir jetzt beides nicht so auf dem Schirm. Aber alles andere haben wir eben auch schon besprochen. Und da fiel es mir dann doch irgendwie recht schwer, mal zu gucken, was machen wir eigentlich hier noch an Besprechungen diese Woche, außer eben Ace-Hit, der ja eigentlich von der letzten Woche ist. Und was ein Glück, denn wir können Good Boys besprechen oder beziehungsweise haben Good Boys besprochen, denn da waren lieberweise Dom und Stu so nett über den Film zu quatschen. Ich glaube, der Stu ist hier für uns in der Presseverführung gewesen, hat sich diesen Film eben angeschaut und wir werden jetzt hier eine ausgiebige Besprechung zu Good Boys von den beiden Hübschen hören. Der Dom quetscht den Stu aus auf seine gewohnt charmante Art und Weise und ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Serienkritik zu einer Serie, die man eigentlich gar nicht weiter vorstellen muss, denn sie hat dermaßen viel positive Resonanz und Feedback im Netz gekriegt, dass man diese Serie auf jeden Fall gesehen haben muss. Ich glaube, sie ist laut IMDb auch die bestbewertetste Serie aller Zeiten. Die Rede ist von Cher Novel. Dieser Miniserie, ich glaube fünf Folgen sind es, die haben sich angeschaut, Ruben und Nina. Ja, die Nina hat von der Agentur, die zuständig ist, den Stream gekriegt, Ruben hatte vor einiger Zeit sich diese Serie bereits privat angeschaut und nun haben die beiden Hübschen, die ihr zum Beispiel auch vom Klappencast kennt, hingesetzt und haben hier eine Besprechung für euch aufgezeichnet. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Besprechung gefallen hat. Ich bin auch sehr gespannt, ob ihr die Serie bei der Erstausstrahlung auf Sky Ticket, lief sie glaube ich bereits, ob ihr sie gesehen habt und wie sie euch gefallen hat. Ich bin generell mal gespannt, was ihr uns an Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Und was haltet ihr davon, dass wir jetzt viele Besprechungen vorziehen und damit so ein bisschen auch dieses Sommerloch stopfen? Ist das was, was ihr cool findet? Seid ihr gerade noch so ein bisschen overwhelmed von diesen ganzen Besprechungen? Ist es euch zu viel? Ja, freut ihr euch auf die Filme? Habt ihr sie teilweise selbst schon gesehen? Wir freuen uns eben irgendwie von euch zu hören. Macht es mal eben. Ihr könnt gerne auch mal eine E-Mail schreiben. Info at tele-stammtisch.de Ist auch eine Möglichkeit, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, um euch mal direkt bei uns zu melden. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen zu Good Boys, zu Aceit und zu Tschernobyl. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch bewertet. Eben auf Apple Podcasts. Auf Google könnt ihr uns bewerten, auf Facebook könnt ihr uns bewerten, auf Podcast.de könnt ihr uns bewerten. In FIT könnt ihr uns sogar bewerten. Macht das mal unbedingt. Ich freue mich mega und das hilft uns und dem Tele-Stammtisch eben sehr, den noch so ein bisschen mehr so unters Volk zu streuen. Ist eine ganz tolle Sache. Jojojo, lasst es mal krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Good Boys. Der startet am 22. August in den deutschen Kinos, hat eine Länge von 90 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Und vorweg, wie so oft, frage ich mich eigentlich, was ich hier soll, denn ich habe diesen Film gar nicht gesehen. Aber ich habe mir jemanden an die Seite geholt, der ihn gesehen hat. Zur Info, ich bin der Dom und bei mir ist das Du. Hallo und du bist heute dabei, weil ich sehr bekannte Fotos gefunden habe von dir im Internet. Deswegen bist du dabei. Genau und ich bin ein Good Boy und deshalb leiste ich dir heute hier Gesellschaft und werde dich nach allen Regeln der Kunst ausquetschen über diesen Film. Du bist nicht nur ein guter Junge, du bist auch ein guter Freund. Ja, bevor das hier zu irgendwas ausartet, wobei wir eher die Mikrofone ausgeschaltet haben sollten. Ich kenne dich und Pascal, muss ich nur sagen, ich weiß, wo eure Häuser wohnen. Der Film ist von Regisseur Gene Stupnitzki. Ja, der Name ist schon eine Nummer für sich. Das Drehbuch haben geschrieben Lee Eisenberg und Gene Stupnitzki. Und in den Hauptrollen haben wir Jacob Trampley, Brady Noon, Keith L. Williams, Molly Gordon, Will Ford, jemand namens Retta, keine Ahnung wer das ist, aber da wirst du uns vielleicht drüber aufklären. Und Lil Ray Howery. Ja, worum geht es in Good Boys, Stu? Ja, Good Boys handeln von den drei Freunden vor Max und Lucas, die seit ein paar Wochen auf der Junior High sind. Das heißt, sie kratzen ganz leicht schon an der Tür zur Pubertät, sind aber immer noch Kinder. Und Max wird eingeladen von einem coolen Mitschüler zu einer Knutschparty. Seine Freunde dürfen mit und sie sind ganz gespannt und wollen sich natürlich auf dieses große Ereignis, das für sie dafür steht, dass sie endlich Männer werden, vorbereiten. Und dann wissen sie aber nicht so, ja, Knutschen, wie geht das eigentlich? Was muss man darauf beachten? Und dann versuchen sie halt, es irgendwie rauszufinden und dann kommt ihnen die Idee, hey, wir haben doch dieses Mädchen als Nachbarin, diese Teenagerin oder Studentin ist es eigentlich schon. Und die gilt gemeinhin als, ja, Schlampe, ja. Also was machen sie? Sie nehmen die Drohne von Max' Vater und versuchen dieses Mädchen beim Knutschen zu beobachten. Das geht aber gründlich schief, sodass dann die Drohne in den Besitz von diesem Mädchen und ihrer Freundin gerät. Und ja, das gibt Ärger und die Jungs versuchen dann, diese Drohne wiederzubekommen, was dann dazu führt, dass sie den Mädchen eine Handtasche entwenden. Und in dieser Handtasche sind nicht nur Tampons und Kaugummis, sondern auch Drogen versteckt. Und jetzt wollen die Mädels halt ihre Drogen wiederhaben, die Jungs wollen ihre Drohne, die Mädchen wollen die Drogen wiederhaben, die Jungs die Drohne. Und das endet in ganz, ganz viel Chaos. Das klingt erstaunlich spaßig. Und angesichts der Altersfreigabe, die in den USA ein wenig höher angesetzt ist, nämlich Rated R, also keine Jugendfreigabe in den USA. Das klingt für mich tatsächlich wie so eine Teenie-Variante, noch ein bisschen mehr Teenie-hafter von Superbad. Tatsächlich. Ich meine, Seth Rogen und Adam Goldberg, die Macher von Superbad, haben Good Boys ja auch produziert. Und das merkt man durchaus. Ich würde tatsächlich ganz grob, könnte man sagen, Good Boys so beschreiben, es ist Superbad in der Präpubertät. Also so ein bisschen Superbad meets Stranger Things? Ja. Es gibt eine schöne Szene, wo dann irgendein Typ dann diesen Jungs, ihr Fahrräder hinterher ruft, so verpisst euch Stranger Things. Großartig, ja gut, Fahrräder ist ja. Und das Schöne ist aber, ich bin nicht der größte Stranger Things-Fan und was ich halt jetzt schon sagen kann, was halt bei Good Boys toll ist, das ist halt kein Nostalgiefilm. Der spielt halt in der jetzigen Welt, in der Gegenwart. Das sind halt eben Kinder der Gegenwart. Das heißt, der Film ist jetzt nicht darauf bedacht, dass er jetzt irgendwie, oh guck mal da hinten ein Gameboy, guck mal da ein Rubik's Cube oder da guck mal ein The Thing-Poster. Sowas gibt es nicht. Das ist schon mal sehr schön. Der Film hat ganz klare Anleihen an Stand-by-Me, ohne den Film jetzt irgendwie szenisch nachzueffen, aber gerade am Ende geht es halt schon so um Freundschaft und wie sich Freundschaft halt eben mit dem Alter auch entwickelt. Und der Film findet da auch einen relativ schönen Schlusspunkt. Nichtsdestotrotz ist es halt eine Komödie und ich muss sagen, ich bin in diese PV gegangen ohne große Erwartungen und ich kam wirklich sehr vergnügt heraus. Wirklich sehr vergnügt. Das klingt ja sehr vielversprechend tatsächlich. Also das ist ja dann auch durchaus sogar, das muss man leider sagen, in der heutigen Zeit ist das ja fast ungewöhnlich, wenn einmal nicht die Nostalgiekeule geschwungen wird. Und bei Seth Rogen zum Beispiel wäre das durchaus nicht unerwartet gewesen, sag ich mal. Ja, das stimmt. Was ich halt eben auch schön finde, ich habe ja jetzt gerade eben schon versucht, die Handlung irgendwie wiederzugeben, ist, dass diese Handlung halt eigentlich total simpel ist, aber man darf halt nicht vergessen, es geht halt wirklich um Kinder. Ja, um 10, 11-Jährige. Und für die ist es halt eben das größte Abenteuer, irgendwie mit dieser Drohne irgendwie heimlich irgendwelche Knutschbilder zu machen. Und das transportiert der Film wirklich ganz gut, was das für sie für ein Abenteuer ist. Und ein Hauptteil des Humors entsteht einfach dadurch, weil diese drei Jungs halt glauben, sie wären halt schon erwachsen und wüssten halt, was so in der Welt abgeht, aber dann halt immer wieder mit Erwachsenen-Dingen konfrontiert werden, die sie nicht verstehen. Ja, eine ganz schöne Szene ist, wenn sie halt eben, um zu gucken, wie man küsst, einfach mal den Begriff Porno googeln und dann sehr entsetzt feststellen, was es da so zu sehen gibt. Ja, und der eine dann ganz schockiert die Frage stellt, oh mein Gott, wie viele Ehemänner hat diese Frau denn bitte? Und das ist halt diese Naivität, das machen die wirklich ganz geschickt. Und ja, das ist eine R-Rated-Comedy und die hat ihre R-Rated-Freigabe auch nicht zu Unrecht. Da wird einiges an schlimmen Wörtern und Sexspielzeug auch missbraucht, ja. Aber das Schöne ist halt dabei, dass der Film trotz allem dabei immer so eine gewisse Herzlichkeit nicht verliert. Und er nimmt halt seine Figuren, also die drei Jungs auch durchaus ernst und bringt ihnen auch Verständnis entgegen. Das ist wirklich ganz schön gemacht. Ich hab ja schon öfters mitgekriegt, dass du ein Fan der Serie The Office bist, also der, also eigentlich von allen drei Inkarnationen, sei es jetzt die amerikanische, die britische oder auch die deutsche in Form von Stromberg. Und der Regisseur Gene Stubnitzki, Gott, ich, ist der Name, war ja bisher eigentlich nur da tätig. Ja, er hat das Drehbuch zu Bad Teacher noch geschrieben, was jetzt auch nicht dafür spricht, dass er ein toller Filmemacher ist, ja. Und er ist nicht unbedingt ein guter Autor. Wie macht sich das denn bemerkbar, weil The Office ist ja etwas, was sehr halt auf Timing und, ja, gut, bei Comedy ist natürlich Timing alles. Wie kann er das hier anwenden? Er kann es ja gut anwenden. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen kann bei einer Komödie, aber der ist unglaublich gut geschnitten. Weil gerade, so weißt du, du hast ja dieses so Aktion und Reaktion, ja. Und gerade da ist der Schnitt unglaublich wichtig, so gerade bei Schnitt gegen Schnitt. Und da hat der Film im Schnitt ein grandioses Timing. Und da sind wirklich Gags dabei, wo ich echt dachte, wow, das ist so gut geschnitten, dass selbst ein relativ einfacher Gag plötzlich total effizient und frisch wirkt. Hast du da ein konkretes Beispiel? Ja, wenn sie halt damit konfrontiert werden, wenn sie halt das erste Mal sehen, wie man küsst, also wenn sie halt erst mal Zeug werden, wie man küsst und dann sieht man auch den Speichelfaden so zwischen den beiden Mündern da so und dann einfach der Junge dann so, ich bin raus. Das ist halt schwer jetzt in einem Medium wie im Podcast jetzt zu beschreiben, aber der Schnitt ist wirklich gut, der ist sehr effizient. Der ist jetzt nicht so, dass du jetzt denkst, wow, Wahnsinn, das ist total künstlerisch hochwertig, weil gerade sieht man das Bild und dann sind wir in einem anderen Bild und das ist so mit dem Schnitt Wahnsinn. Man denkt, weißt du, so ein bisschen wie bei Stay, weiß man, ob man kennt, aber egal. Das ist es nicht, aber... Es ist jetzt kein Edgar Wright. Genau, genau, es ist kein Edgar Wright, aber der ist halt sehr cool geschnitten, weil der Schnitt sehr fokussiert ist. Der Schnitt ist sehr fokussiert auf die Figuren und eben auch auf den Witz und das macht es sehr, sehr gut. Wie ist das denn in der Dynamik zwischen den drei Hauptdarstellern? Also der bekannteste ist ja Jacob Trampley, den dürfte man kennen, ich glaube, es war fast sein Debüt tatsächlich, Raum an der Seite von, das war sein Kino-Langfilm-Debüt, an der Seite von Brie Larson, die ja da den Oscar gewonnen hat. Er war nominiert, ja. Er hat danach ja eher daneben gegriffen. Also er hat zuletzt diesen Wonder gemacht, da hat er, glaube ich, relatives Lob für erhalten. Aber er hat auch schon, ja, Predator Upgrade hat er auch schon in der Vita und vor allem diesen extrem vergessenswerten Horrorfilm mit Naomi Watts hat er gedreht, Shut In, den hat wahrscheinlich eh keine Sau gesehen. Er hat auch diesen anderen Horrorfilm mit Naomi Watts gemacht, Book of Henry. Die haben eine unglaublich tolle Chemie miteinander. Und Jacob Trampley, also Raum war er super und danach wurde er immer so rumgereicht, so als das neue Schauspiel Wunderkind, wie es ja davor schon bei einigen jungen Darstellern passiert ist. Und in den anderen Filmen war er immer ganz okay, aber es wirkte halt immer so, okay, er muss jetzt eben zeigen, dass er halt ein Schauspieler ist, ja. Und so natürlich, wie aber jetzt in Good Boys, habe ich ihn halt noch nicht gesehen. Und das ist das Schöne an diesen drei Figuren, man glaubt eben, dass die echt sind. Das ist total authentisch. Und die sind halt alle drei von ihrem Charakterzügen auch so wunderbar unterschiedlich. Also Max ist dann eher noch der Coole, sage ich mal. Also das sind schon drei, die eher bei den Versagern in der Cafeteria essen, ja. Also die Rolle von Jacob Trampley. Genau, genau, der spielt Max, der ist halt eher so der, ja noch der, ich sag mal normalste, aber jetzt normal bitte in Anführungsstriche setzen. Dann haben wir halt Lucas, der ist halt übervorsichtig, ja, der hat wirklich mit einem der besten Jokes und grandiosen Sprüche. Also direkt am Anfang, da bekommt er so eine SMS und dann sagt er so, oh, Veggie da sind jetzt zu Hause, heute ist mein Tag, ja. Allein wie er das sagt, so großartig, das ist herrlich. Und dann haben wir halt diesen Thor, der ist, der ist so ein bisschen so, der versucht halt so Bad Boy zu sein. Ja, hat aber auch Probleme damit, sein eigenes Image aufrecht zu erhalten. Und diese drei haben eine unglaublich dynamische und wunderbar funktionierende Chemie, die auch Szenen wirklich sehenswert macht, in denen vielleicht gar nicht mal so viel passiert. Hat man denn den Eindruck, dass, ich spare mir jetzt den Namen des Regisseurs, dass der den vielleicht an manchen Stellen dann auch wirklich viel Freiraum gelassen hat, vielleicht auch zu improvisieren? Ähm, ich finde nicht. Ich finde, das sah für mich schon nach einem Drehbuchfilm aus, der relativ wenig improvisiert hat. Das erkennt man ja gerade bei so einem Film mit Will Ferrell, wo man dann schon merkt, okay, da haben sie jetzt wahrscheinlich 20 Takes gemacht und in jedem Tag haben sie was anderes versucht und haben dann irgendwas genommen. Ich finde, dass der Film schon wirkt, dass sie da sich ans Drehbuch halten. Mhm. Okay. Also dafür sind die Witze zu fokussiert einfach. Teilweise sind die auch sehr gut aufgebaut, finde ich. Das spricht dann aber halt schon wirklich für den Film, wenn das halt alles so wunderbar dynamisch und natürlich rüberkommt, wenn es halt trotzdem relativ geplottet und geskriptet ist an der Stelle. Aber es wirkt halt nicht so. Das ist eben die Kunst. Ich finde, so vom Ablauf her und von den Jokes her würde ich sagen, das ist schon das meiste, weitestgehend hält sich das als Skript, aber es wirkt halt trotzdem organisch. Ja, das ist ja schön. Ich meine, ich habe auch den Eindruck, dass viele durchaus auch unterschätzen, wie schwer es eigentlich ist, eine wirklich reinrassige Komödie zu drehen. Also wenn du zum Beispiel mal hörst, dass selbst solche wie so renommierte wirklich A-Regisseure wie zum Beispiel Christopher Nolan, der hat wirklich mal gesagt, dass er niemals eine Komödie drehen wird und dass er riesen Respekt hat vor denjenigen, die das machen. Ja, also es ist einfach, es ist glaube ich unglaublich schwierig, etwas so statisches wie ein Drehbuch so umzusetzen, dass es halt organisch und natürlich wirkt. Und das finde ich, ist ihm echt gelungen, weil ich finde halt das große Problem bei vielen dieser, sag ich mal, Impro-Comedies, zum Beispiel Baywatch, nee, nicht Baywatch, Entschuldigung. Nehmen wir einfach mal irgendeinen Will Ferrell-Film, ja, zum Beispiel Holmes und Watson, ja. Das ist halt unglaublich anstrengend, wenn die halt da rum improvisieren und es macht und die finden halt einen guten Gag, aber es passt dann irgendwie nicht wirklich zur Handlung oder zu den Figuren so richtig. Und das hast du halt bei Good Boys nicht. Good Boys wäre für mich wirklich bislang die Komödie des Jahres, wenn es da eben nicht noch einen Longshot gäbe, der dann doch noch ein bisschen besser ist. Aber halt nur ein bisschen, ja. Die Besprechung könnt ihr auch hier beim Tele-Stammtisch hören, ist ein sehr amüsanter Podcast mit Andi und Stus Wenigkeit. Und Bier, ja. Und Bier und Spoiler-Breu, ich weiß nicht. Ja, ja, ganz viel, ja. Aber ich glaube, hier brauchen wir keinen Spoiler-Breu. Nee, nee, nee. Sonst müssten wir auch kurz pausieren, dann müsst ihr eben zum Kühlschrank. Ja, ja, nee. Das Problem ist, glaube ich, dass viele einfach, wenn sie so sehen, R-Rated Comedy und Kinder, die halt eben so Zoten machen, dass sie halt gleich denken, das ist halt so eine total anspruchslose und dumme Komödie. Und ich finde, das ist Good Boys halt nicht. Der hat Zoten, ja, da wird halt viel Scherereien mit Sexspielzeug gemacht, ja. Ja, ja, so, also ich sag mal so, also so, wie heißt es, so Liebeskugeln oder so Analkugeln, ja, wo man dann denkt, das sind nur Chakos oder Halsketten und dann so, ja, diese Halsketten schenke ich meiner Freundin und so. Also, das ist natürlich alles sehr zotig und sehr unter der Gürtellinie, aber der Film vergisst halt dabei wirklich niemals, dass er seine Figuren auch irgendwie ernst nimmt und dass sie sich halt eben dieser Erwachsenenwelt bewegen. Und dazu ist der Film halt auch unglaublich temporeich und du hast ja schon den Fakten gesagt, der geht 90 Minuten, da ist halt kein Gramm fett so viel dran, ja, der geht straight durch, der hat keine Längen. Und ich kam wirklich aus dem Kino und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich aus dem Kino komme, hatte meinen Spaß und denke mir so, boah, eigentlich hättest du noch gut eine halbe Stunde weitergehen können. Das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Oh ja, vor allem heutzutage denkst du dir eigentlich selbst bei Komödien eher das Gegenteil, dass es locker auch eine halbe Stunde weniger getan hätte. Ja, genau. Gut, ich würde sagen dann, ja, dein Fazit. Eins von fünf. Analkugeln. Analkugeln, ja, ich hätte gesagt Zensurstreifen. Oh, Zensurstreifen, okay. Also mein Fazit sieht wie folgt aus, wenn ihr R-Rated-Comedys mögt, aber durchaus mal welche sehen wollt, die so ein bisschen frecher, frischer und temporeicher sind, wenn ihr es mögt, wenn die Figuren untereinander eine tolle Chemie haben, dann gebt euch definitiv Good Boys, ihr solltet es nicht bereuen. Und wenn ihr auch einen Film sucht, der auch eine gewisse Herzlichkeit hat, dann ist Good Boys euer Film und ich gebe tatsächlich vier von fünf Zensurbalken und ich freue mich wirklich sehr, den demnächst nochmal zu gucken. Ich habe ihn jetzt nur auf Deutsch gesehen, die deutsche Synchro war wirklich gut, da gäbe es keine Klage, aber ich bin mal gespannt, wie der im Englischen da rüberkommt. Ja gut, wahrscheinlich noch ein bisschen besser jetzt, also ohne jetzt die deutsche Synchro, die ja oft umstritten ist, jetzt irgendwie zu verurteilen oder was, aber sowas kommt, glaube ich, also wahrscheinlich auch bei diesen ganzen Schimpfhörtern kommt wahrscheinlich im Deutschen nicht ganz so gut rüber wie im Original. Ich bin jetzt tatsächlich neugierig geworden auf den Film, das klingt, also kann ich auch mal kurz sagen und mich damit dann richtig jetzt unbeliebt machen, genauso wie du, ich bin auch nicht der größte Freund von Stranger Things und für mich klingt das wirklich fast wie die moderne Antithese dazu. Also wie gesagt, bitte, nur weil da drei Jungs auf dem Fahrrad unterwegs sind, ist das nicht Stranger Things, ja, also der Film ist dann mehr Stand-by-Me als Stranger Things, aber bitte erwarte jetzt auch keinen Stand-by-Me-Film. Nee, 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 das war jetzt nur halt diese sklavische, popkulturelle Referenzialität, die man so seit einiger Zeit hat und die mit Stranger Things schon ziemlich auf eine neue Spitze getrieben wurde. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Also dieses popkulturelle Schlachten, ja, wie bei Stranger Things oder so, das hast du da gar nicht. Das ist wirklich schön. Das hätte ich, wie gesagt, nicht erwartet bei einer Seth Rogen-Komödie. Gut, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen als, ja, wir sind weiterhin auch Good Boys beim Tele-Stammtisch, beide. Und ebenso gute Jungs bei Movie Break, ja, wo der Stu noch ein bisschen mehr macht als ich, aber es kommt noch einiges. Ansonsten, ja, darfst du dich noch gern verabschieden, inklusive Schleichwerbung. Ja, die Schleichwerbung hast du ja schon übernommen, aber ich würde dann nochmal meine Zeit, meine letzte Zeit hier in diesem Podcast nutzen und nochmal sagen, bitte Leute, habt ein Herz für Good Boys. Ich war auch nicht scharf auf den Film, aber es hat sich wirklich gelohnt. Und Longshot war eine super Komödie dieses Jahr und da ist keine Sau reingegangen, was echt schade ist. Und es wäre wirklich sehr blöde, wenn das gleiche Schicksal jetzt Good Boys erleidet. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Good Boys vielleicht in ein paar Jahren als so Party-Kultfilm gehandelt wird, ähnlich wie Superbad. Deswegen, Leute, gebt euch einen Ruck, gebt den Good Boys eine Chance und damit verabschiedige ich mich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Andi und tschüss. Äh, Dominik. Andi, ja, scheiße, verdammt, ja, sorry. Ja, ja, ja. Dominik, Andi, Latte, die Hose ist egal. Klinge ich so ähnlich, ja. Jetzt hole ich dann doch noch das Spoiler-Bräu aus dem Kühlschrank. Ja, du hast Bier erwähnt gerade eben, da bin ich sofort auf Anzeige. Gut, ja, das war es dann auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung beim Tele-Stammtisch. Heute mit einem Triple aus München. An meiner Seite ist zum einen die Eva. Hallo. Und ein Neuzugang beim Tele-Stammtisch, der liebe Sebastian. Hallo. Ja, du bist ja neu bei uns. Stell dich doch mal ein bisschen vor. Das machen wir eigentlich immer ganz gerne hier beim Tele-Stammtisch, um auch die Kritiker hier so ein bisschen kennenzulernen. Wer bist denn du? Ja, hi, ich bin der Sebastian. Der Andi und ich, wir kennen uns aus München, so aus der ganzen Musiker-Ecke. Und sind beide Filmenthusiasten und darüber sind wir irgendwie dazugekommen, dass wir auch mal zusammen Filme sprechen. Genau, das machen wir eigentlich fast jedes Wochenende, dass man eh schon mal über Filme quatscht. Deswegen kann man das auch mal in dem Rahmen hier machen. Gute Idee. Ja, und dann haben wir uns heute zu dritt gleich mal einen neuen Film angeschaut, der am 8. August, also heute, in den deutschen Kinos anläuft. Ich denke mal nicht, dass der Matthäser läuft. Ah, das ist jetzt Munich-Fact hier. Er läuft nämlich im Arena für alle Münchner. Also es ist kein Blockbuster. Es ist ein kleiner Independent-Film, würde ich mal sagen, und zwar aus Russland namens Acid im Original Kislota, was auf Russisch Säure heißt, habe ich herausgefunden. Genau, wie der andere Titel auch. Gott, oh Gott. Naja, die Altersfreigabe ist ab 16. Der Film dauert 98 Minuten und ist von Alexander Gorchilin. Mag von euch mal jemand erzählen, worum es in dem Film Acid so geht? Ja, gerne. Ich würde aber vielleicht sogar damit anfangen, was der Titel erstmal suggeriert. Wenn man den Trailer sich ansieht, finde ich, geht man erstmal davon aus, dass man es mit Acid, dem englischen Slangwort für LSD, zu tun hat. Dass es um Drogen geht. Dass es um irgendwie eine wilde Irrfahrt geht. Und so, wie sich das dann unter Umständen aber gar nicht so bewahrheitet. So steigen wir aber in den Film ein. Wir sehen eine drogengeschwängerte Situation. Dreier Jugendlicher oder junger Erwachsener, die in Russland offensichtlich in einer Wohnung sitzen und der eine ist unter starken Drogeneinfluss und seine Freunde versuchen, ihn irgendwie in Zaum zu bekommen. Ah, das habe ich sogar schon mal, zum Beispiel schon mal anders interpretiert. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt durchgehen und jeder seine eigene Interpretation von dem Film finden. Ja, aber kurz erstmal so, was man so sieht. Ich meine, interpretieren Sie später. Nee, nur den Anfang habe ich zum Beispiel, ja. Okay. Aber was wir auch noch gleich sagen können, weil apropos Handlung, es gibt ja keinen krassen Plot oder so. Also wie du schon gesagt hast, es fängt zwar an hier mit so einem Trippi-Party-Szenario und ich hatte beim Trailer auch so ein bisschen das Gefühl, als hätten wir jetzt hier den russischen Trainspotting vor uns. Aber ist nicht passiert. Genau, also ich habe aus dem Trailer so gesehen, so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Into The Void und Lilia Forever, was auch ein russischer Milieu-Film ist. Und ich dachte, es wäre alles ein bisschen dreckiger, rotziger, so ein bisschen so diese 90er Jahre Russland-Ästhetik, was sich auch überhaupt nicht bewahrheitet hat im Endeffekt. Und was wir gesehen haben, war, wie du sagst, kein klassischer Plot, kein, ich erzähle eine Geschichte und habe hinterher viel verstanden, sondern ich sehe eigentlich eher so Einblicke in das Leben dieser Protagonisten, vorwiegend des Hauptcharakters namens... Sascha, gespielt von Philipp Afdev und dessen Freund Piotr, gespielt von Alexander Kuznetsov. Ja, so ist es. Ja, Eva, wie hast du den Film denn so wahrgenommen? Erzähl du doch mal aus deiner Sicht, was du meinst und auch, was du am Anfang anders interpretiert hast vielleicht. Ich war niemand gleich. Ich habe, also den Anfang habe ich anders wahrgenommen, da dachte ich, der hat eine Psychose. Also die sind ja so heimgekommen und er war ja allein zu Hause, der Dritte. Und ich dachte halt, der ist irgendwie auf dem... Hat eine schlimme Psychose und sie bringen ihn jetzt ins Krankenhaus. Und habe dann schon... Das war das Erste, wo mich der Film verwirrt hat, warum sie ihn jetzt nicht ins Krankenhaus bringen oder ihm helfen, weil die beiden anderen waren ja total nüchtern. Ja, okay, dann sind wir aber insofern beieinander, dass wir von einer Episode, die er hatte... Ich dachte halt, durch Drogen ausgelöst. Was mich aber vielleicht auch tatsächlich der Titel des Films und auch der Trailer auf die falsche Fährte gelockt haben. Ja, stimmt. Er ist am Anfang alleine. Es kommen dann noch ein paar andere und die machen aber auch nicht richtig Party. Aber das stimmt. Irgendwie mit der... Na, mit dieser Voreinstellung, die ich auch hatte, dachte ich auch sofort an Drogen und sonst was. Aber ja, klar, der hat einfach rumgesponnen bei sich zu Hause. Und ich glaube, das Spoilern kann man das ja schon mal... Der bringt sich auf jeden Fall am Anfang um, springt halt von dem Balkon und alle müssen so ein bisschen... Erst fünf Minuten, ne? Genau, hatte ich das Gefühl, wir werden da so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Anfangs machen sie sich über nichts Gedanken und dann so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen mehr. Genau. Also es ist ja auch so, dass sowohl im Trailer als auch in den ersten zehn Minuten sehen wir eigentlich nur die Jugendlichen. Also im Trailer sieht man auch ein bisschen ein paar erwachsen, aber weniger eigentlich. Und deswegen suggeriert der einem auch so ein bisschen, dass es eben so ein Film über Jugendliche ist und so weiter. Nachdem dann dieser Selbstmord passiert, sehen wir eine Szene am Friedhof, an dem quasi die Mutter des gerade Verstorbenen ihn versucht, quasi wieder ins Leben zu holen, indem sie sagt, komm, jetzt war alles noch Spaß, bitte komm wieder zurück. Und da sehen wir dann so einen Generationenkonflikt, wo eben die Kumpels des gerade Verstorbenen sagen zu der Mutter, du weißt doch gar nicht, wer er war, du weißt doch gar nicht, was er gemacht hat, was er gefühlt hat und so weiter. Und ich denke, da finden wir eines der Hauptmotive des Films, meiner Ansicht nach, meiner Interpretation nach, ist ein Generationskonflikt, so eine Teenage Angst oder so der heutigen Zeit ein bisschen. Was ich daran speziell interessant fand, ist, dass ich von einem russischeren Bild ausgegangen bin, also wenn man jetzt eben den Film, den ich vorhin erwähnt habe, Lilia Forever oder so, da ist Russland einfach andere Kleidungsstile, andere Musik, alles irgendwie immer so ein bisschen altbacken wirken, dass die so, das war glaube ich Anfang der 2000er der Film und dann haben die halt Musik aus den 90ern gehört und so und es war alles immer so zehn Jahre zu spät und so und das sehen wir in diesem Film gar nicht, es ist alles eigentlich am Zahn der Zeit, die Autos, die Kleidung. Es spielt auch überhaupt nicht in armen Verhältnissen. Der Hauptdarsteller lebt in einer sehr schicken Penthouse-Wohnung. Wir haben sogar einen Suf. Genau. Mit seiner Oma. Da ist auch ein Element, das mich irgendwie interessiert hat, ist, wir sehen zumindest in der ersten Hälfte des Films keine Väter. Es gibt generell, also das ist so ein bisschen dieses Fight Club-Motiv. Wir sind die Generation der Kinder, die von ihren Müttern aufgezogen wird. Das sehen wir da, aber sie haben auch keinen Bezug zu ihren Müttern. Das sehen wir auf der einen Seite in der Friedhofs-Szene mit Du kanntest ihn nicht und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir es auch, wie er mit seiner Oma, sie ist eigentlich nur so seine Dienerin, zieht ihm die Schuhe aus und zieht ihm die Jacke aus und hängt das alles auf und er ist da halt eigentlich so, die haben keine soziale Interaktion miteinander, sondern er existiert da und sie dient ihm. Pflegt auch seinen Pimmel. Auch das, da können wir mal ganz kurz, vielleicht gehen wir mal episodenmäßig auf diese Szene ein, diese Beschneidung. Schwieriges Element, also ganz kurz für euch Zuhörer, der Hauptcharakter Sascha, wir nennen ihn Sascha, in Wirklichkeit ist es die russische Vorwärtsche. Sascha, sprechen sie glaube ich. Genau, also der Einfachheit halber Sascha und Peter und Sascha, der Hauptcharakter, ist beschnitten und das wird häufig zum Thema gemacht. Man weiß aber nicht warum. Es wird in Frage gestellt, ob das eine religiöse Sache ist, ob ein Moslem ist. Aber jede mögliche Antwort wird verneint. Also er sagt, nein, nein, nicht deswegen, nein, nein, nicht deswegen. Man weiß aber nicht genau warum. Also ein bisschen dieses Männlichkeitsding, dass er dann auch Angst hatte, er ist schwul oder so. Das schwebt er dann auch mal im Raum, ist er schwul oder nicht? Oder warum will er, weil er Schmerzen hat, nicht mit irgendeiner Frau schlafen? Was man ja dann gar nicht hat, aber okay. Er schiebt es immer vor als Ausrede, dass er nicht mit dieser Freundin schlafen muss, auf die er keinen Bock hat. Also das würde ein bisschen dazu passen, was du gesagt hast, mit diesem Vaterlos aufwachsen und dann so ein Problem mit der Männlichkeit haben, dass das dann irgendwie so ein Thema ist, schwul sein oder nicht. Das kommt dann noch obendrauf und überfordert einen total. Tatsächlich ist es auch nicht nur mit seiner Freundin, sondern auch, wo sie das erste Mal bei diesem Künstler in der Wohnung sind und diese große Dreier, Vierer Sexszene, aus der er sich rauszieht. Und also er sagt, nee, nee, er kann nicht. Aus den gleichen Gründen, aber es ist jetzt nicht nur, um seine Freundin abzuwehren, sondern er lehnt irgendwie generell zunächst mal den Geschlechtsverkehr ab. Generell, also man sieht, er hat in dem Film dann erst zum Schluss, gibt es seine Szene. Was man aus dem Titel sagen kann, also ich meine, ihr merkt schon, wir reden so ein bisschen über verschiedene Charaktere, verschiedene Motive und verschiedene Abschnitte des Films. Es gibt keinen roten Faden oder so. Der Titel kommt nicht nur unter anderem, was wir gedacht haben, von der Droge, sondern es gibt da auch diesen komischen Künstlerfreak, der irgendwelche Skulpturen mit Säure bearbeitet, was dann auch noch drin resultiert, dass er Piotr einen Schluck Säure trinkt zum Beispiel mal, was aber auch nicht wirklich große drastische Auswirkungen hat. Also ich denke, das nimmt wieder dieses Teenage-Angst-Motiv auf, also die wachen eben in diesem Künstlerhaus. Also ganz am Anfang, sie gehen alle feiern. Das ist vielleicht die einzige Szene, wo der Film nicht in einem anderen Land hätte spielen können oder nicht in jedem anderen Land hätte spielen können, weil die Party, genau, weil sie kommen in diese Disco, tanzen und so, das ist direkt nach der Beerdigungsszene, übrigens schöne Überblende, finde ich, war schön gemacht, sind in dieser Disco und da wird er angesprochen von einem Mann, der sagt, ich möchte deinen Penis fotografieren, weil ich gehört habe, der ist beschnitten. Sie tanzen und plötzlich wird die Party unterbrochen von Militär. Also es kommen schwer bewaffnete, mit schusslichen Westen und Helmen und so kommen Soldaten auf diese Party und brechen die ab und alle Partygäste werden, oder zumindest die meisten werden in gepanzerten Bussen davon gefahren, aber weil sie eben mit diesem Künstler in Zusammenhang stehen, dürfen sie quasi frei weggehen, wo man jetzt auch nicht genau weiß, was ist da der Hintergrund. Ich meine auch, und da sind wir vielleicht an einem Punkt nochmal, den wir jetzt vor diesem Gespräch ganz kurz besprochen haben, weil wir tatsächlich auch ein wenig ratlos waren über einige Punkte des Films, es gibt bestimmt kulturelle Punkte, die man schwer versteht, wenn man mit der russischen Kultur vielleicht nicht so bewandert ist, könnte ich mir vorstellen. Wobei jetzt auch, weil du das vorhin auch mit der Säure gesagt hast, würde jetzt auch dazu passen, so diese Identitätsproblematik, weil sie ja die Leninfiguren dann verätzt haben und so, also wer sind wir und weg vom alten System und jetzt kommt, das ist auch neu und also ja, diese ganze Identitätsfindung und das kommt ja auch immer wieder so, das wird auch ausgesprochen, wer bin ich und das kommt dann auch später so, haben wir nur dieses Problem oder wir haben die Probleme nur, weil wir nicht wissen, wer wir sind und uns da und da auch zu viel Zeit für haben, uns nicht fragen und so. Dieses Säure trinken irgendwie symbolisch hat mich auch so ein bisschen, ah ganz witzig, ich habe mir während dem Film oft daran gedacht, ein bisschen Schleichwerbung am Rande, aber von Apron gibt es diesen Song so leer, der passt da ganz gut, kann ich mir auf Spotify anhören, aber ich meine, als würde ich so eine Rohrfreie trinken, weil sie halt eben so leer sind und so ziellos und halt einfach wirklich keinen Plan haben, was sie machen sollen und es gibt auch eine Szene in dem Film, die auch schon im Trailer kam, die fand ich ein bisschen zu on the nose, wo der eine, der Piotr dann ungefähr halt ihm so erzählt so, weißt du, was unser Problem ist, wir haben keine Probleme und da hat er halt so wirklich alles ausgesprochen, was dieser Film halt eigentlich so cool, subtil und symbolisch eigentlich, wo wir uns jetzt darüber unterhalten haben, aber die Szene fand ich so ein bisschen überflüssig, weil das war halt echt so, okay, wenn ihr es noch nicht gecheckt habt, hier erkläre ich euch nochmal alles. Ja, das stimmt, vielleicht ist da aber auch die Erfahrung des Regisseurs später mit rein, weil der ja relativ jung ist, wie du mir erzählt hast. Ja, und 26 ist, ja. Genau, und ich komme nochmal mit diesem Feindler-Vergleich, also auch da geht es ja, wie gesagt, um diese Generation, es geht ja um die Identität in seiner Generation und was hat man als Generation überhaupt, also wir reden ja über die Generation Y, wie man sie so schön nennt quasi, aber das ist halt in Russland auch noch. Und es ist schon immer so, es wird so vermittelt, wir wissen nicht genau, wohin mit uns. Aber auch nicht eben dieses Generation X-Thema, dass man das laut und rebelliös macht, sondern dass man es halt in sich gekehrt und quasi borderlinig verarbeitet. Und ich finde, das sieht man halt bei jedem Charakter, der da stattfindet. Also alles ist eigentlich zur Selbstverletzung gedacht. Wenn man ja auch zum Beispiel diese, ich weiß nicht, wie viel wir spoilern sollen oder dürfen, aber diese einzige Sexszene, die es dann im Endeffekt von dem Hauptdarsteller gibt, das hat er erst dann gemacht, nachdem ihm gesagt wurde, mach das nicht. Und er wusste genau, es trägt Konsequenzen. Und er hatte überhaupt keine Lust dran, er hatte überhaupt keinen Spaß drauf. Wir haben den ganzen Film gesehen, er will eigentlich keinen Sex, zumindest wurde uns, also hat er uns das so erzählt. Er hat gesagt, er hat Schmerzen, er wurde beschnitten, er ist noch nicht bereit dafür, weil, also aus körperlichen Gründen, aus Schmerzgründen, hat das dann aber durchgezogen, nachdem man ihm gesagt hat, das ist die Sache, die du nicht machen darfst. Und irgendwie diese Grenzüberschreitung, vielleicht mit dem auch noch, es fügt mir auch noch Schmerzen zu, wir haben da ja auch Blut gesehen, wo es hieß, das kommt von mir, nein, das kommt von mir, von beiden Beteiligten in dieser Situation. Und also ich habe das Gefühl, der Charakter will dahin, wo es weh tut, weil er sonst nichts spürt. Aber alle, übrigens in dem Film, dass alle so waren, also auch die Eltern und vor allem die weiblichen Darsteller waren alle so krank und daneben. Also es gibt überhaupt nicht eine normale Frau, also ich fand es ein sehr seltsames Frauenbild mal wieder. Ja, die haben so wahnsinnig schräg rein. Also die waren anders krank als die Männer dann wieder. Also bin ich prinzipiell bei dir, allerdings gab es halt keine Männer erst mal. Also es gibt die Jungs und es gibt die Mütter oder Großmütter. Ja, und Freundinnen, die auch alle seltsam waren. Okay, die klammere ich jetzt aus dem familiären Kontext erst mal aus, aber in diesem familiären Kontext fände ich interessant, dass, also die waren ja nicht, ja, aber die Mütter waren jetzt auch in dem Sinn nicht, nicht so dieses klassische Hollywood-Klischee schwache Frau, sondern es war die, ähm... Die Verrückte, die Störende. Ja, ich weiß gar nicht, boah, das ist schwierig. Crazy, die crazy Bitch war es. Nee, aber irgendwie doch eigentlich die einzigen, die in irgendeiner Form stabil waren. Die Großmutter, die Großmutter lässt sich nichts sagen, die sagt, ach komm, die nimmt die nicht ernst. Klar, sie bedient ihn, aber sie nimmt ihn nicht ernst und sie ist stark, sie weiß, was Oder wie man das aber auch von Großmüttern kennt. Also ich zumindest, dass es so leicht, dass es ganz schnell so eine übergriffige Art geht, weil es halt so überfürsorglich ist. Ja, aber trotzdem auch mit ganz klar, also sie gewinnt zum Beispiel auch. Also da sind wir wieder bei diesem beschnitten Thema. Sie hat dann so eine Tinktur in so einem Einmachglas und sagt, halt mal hier deinen Penis rein. Und dann will er zuerst nicht. Ich glaube, Pillermann. Und sie weiß gar nicht, naja, schämst du dich? Komisch. Dann kommt ein Schnitt und der hat den Pimmel da drin. Genau, und er sagt so, nein, nein, mach ich nicht. Ich meine, ich meine, ich bin ein Schnitt und dann sieht man, sie gewinnt. Also sie ist schon die Stärkere in der Beziehung. Schon die Hosen an. Genau, genau. Und dann später kommt ja seine Mutter zurück, wo wir dann erst sehen, okay, also die gibt's noch, weil dieses Klischee lebt bei der Großmutter, weiß man immer nicht so genau, aber dann kommt die Mutter zurück und sagt halt, ja, die ist halt irgendwo in Kambodscha, man weiß jetzt nicht warum und so weiter. Ich habe verstanden, sie sucht nach ihrem Mann, weil der da verschwunden ist? Nee, ich glaube, dafür kommt sie zurück nach Russland. Und ihr Mann ist in Russland verschwunden und deswegen kommt sie einmal im Jahr nach Russland zurück. Das ist super. Die waren ja nicht alle so arschig wie die männlichen Hauptdarsteller. Warum er so arschig zu seiner Mutter ist? Ja, das war nicht nachvollziehbar. Ja gut, weil sie gegangen ist. Das ist, finde ich, jetzt nicht so ein schwer nachvollziehbares Motiv. Warum er so schlecht zur Oma ist, könnte man eher sagen. Ja, das war ja nichts Neues. Aber das ist halt so Hate by Proxy, so ein bisschen, also das wird halt übergewälzt. Nee, aber du musst ja nichts Neues haben. Ja, und das ist doch einfach ein krantiger Teenager. Wut hast, die irgendwie bleibt. Ja, ich fand es aber auch nicht, also zum einen nicht nachvollziehbar und auch nicht logisch, also auch das Verhalten dann in der Situation, wenn es denn so dargestellt werden soll. Das ist halt so eine Grundwut gegen alles und jeden. Also ich glaube, der Film vermittelt ganz oft, ich erzähle dir ja gerade ein Gefühl, ich muss dir nicht erklären, warum. Also ich zeige dir gerade. Ja, aber so, dass man so gar nichts nachvollziehen kann, fand ich schon etwas störend an dem Film. Und es gibt ja nicht nur ihn, der eine alleinerziehende Mutter hat. Also es ist jetzt kein Drama, dass man dann so komisch drauf sein muss. Der erste Selbstmörder, da war nur eine Mutter am Grab, da war kein Vater. Der Piotr, oder wie er hieß, als der sich dann die Säure getrunken hat, ist der Hauptdarsteller zu Piotrs Mutter gegangen und auch die war allein. Da war auch kein Vater. Und der einzige Vater, den wir dann sehen, ist eben der von den beiden Mädels. Ja, den von Piotr sieht man auch mal, der hat aber die Familie verlassen, ist irgendwie ein erfolgreicher Geschäftsmann und kümmert sich nicht um die Familie. Oder so. Genau. Aber egal. Gut, der einzige Vater, der dann gezeigt wurde, hat es dann auch nicht rausgerissen. Der war auch ein bisschen grenzwertig. Ja gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr ausschweifen, obwohl es mir schon, ich nehme es schon ein bisschen vorweg, fast mehr Spaß macht, über den Film zu sprechen, als nicht zu schauen. Aber ich würde euch erstmal darum bitten, nochmal ein kurzes Fazit. Außer ihr habt noch was, was euch sehr auf der Seele liegt, könnt ihr noch loswerden. Aber dann würde ich langsam mal zu einer letzten Fazitrunde kommen. Ich fand den nicht nachvollziehbar und sehr nervig. Also es war auf so eine eklige Art. Also ich war am Schluss fast froh, als, na gut, ich darf es nicht spoilern, aber als es irgendwie dann vorbei war. Und es kam mir vor wie so ein schlechter Tocotronik-Song. Also ohne eine Weiterentwicklung, sondern wirklich in der Phase, wo man so stehen bleibt und dann singt, ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst zu tief. Naja, das war jetzt noch vielschichtig, aber also diese ganzen frühen Tocotronik-Songs, wo man irgendwie den Humor dazu wünscht und den dann ja dann auch irgendwie rausfindet. Und das haben sie auch, aber das fehlt bei dem Film so komplett. So, das ist so eine, ja, wie dieses Hundstage auch, wo auch so ein Ekel dargestellt wird und so eine Kaputtheit zum Beispiel von Ulrich Seidinger. Seidel. Seidel, Entschuldigung. Und das macht aber noch was, also da hat das noch so einen beobachtenden Effekt, also mehr so einen Doku-mäßigen Effekt. Aber ich fand es bei dem, fand ich es nur nervig und doof, irgendwie nicht nachvollziehbar. Ja, nee, ich hatte keinen Spaß, muss ich sagen. Fandst du es zu gewollt oder ich weiß nicht, weil vielleicht auch, weil der Typ ja Regisseur ja so jung ist und vielleicht auch selber mit der Generation gerade. Und dann nicht so einen außenstehenden Blick drauf hat oder so vielleicht. Ja, es geht auch. Nicht so einen weiseren Blick von außen, sondern da so ein bisschen nicht raus ist aus dieser Szene. Nee, ich weiß nicht. Nee, man kann ja auch als 20-Jähriger irgendwie Sachen darstellen aus einem gewissen Blickwinkel raus, was ich hier vermisst habe jetzt. Okay, da höre ich raus, dass es dir nicht so gut gefallen hat. Und wir machen ja immer, aha, jetzt sind wir aufgefallen. Sehr subtile Auffassungsgaben. Ich wollte es nicht so auf den Punkt bringen, aber. Nein, jetzt musst du aber auf den Punkt kommen. Und zwar, wir machen nämlich immer eine Bewertung von 0 bis 5 Punkte. Und zwar ist 0 ein absolutes Desaster und 5 ein absolutes Meisterwerk. Wie viele Punkte würdest du den Filmen geben? Ich würde das jetzt mal zweiteilen. Ich würde jetzt einmal eine Punktevergabe machen für, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 14 wäre und das genau meine Themen wären oder ich da irgendwelche Themen entdecken würde und ich da voll mitgehen würde aus irgendeinem Grund, kann ja sein, es ist uncatched, dann vielleicht 3 und für mich jetzt einen, also aus, genau, meine Bewertung wäre jetzt ein Punkt. Okay, werden sie vernichten. Ein schöner Song war da bei am Anfang. Ah ja, stimmt, bevor ich am Schluss alles vergesse, was ich eigentlich noch sagen wollte, aber vielleicht ist es auch relativ uninteressant, ich fand es nur spannend, dass eigentlich der komplette Film keinen Score hat, also keine Musikuntermalung. Man hört halt, wie gesagt, einmal im Zimmer Moby laufen und einmal kommt noch ganz kurz irgend so ein Orgel-Klassik-Curie-Eleison-Stück für 10 Sekunden oder so und natürlich eine Disco-Läuftmusik, aber sonst hat er keine Musikuntermalung, oder? Also alle Dialogszenen und so. Genau, aber nur, es ist nur Musik im Film. Ja, so Dogma-mäßig. Genau, es wird halt nicht irgendeine Emotion oder so oder eine Stimmung mit einem Score unterlegt, was ja eigentlich... Genau, dafür hat es dann aber doch zu wenig Doku dafür, dass es so wenig mit klassischem Film-Material gespielt hat. Ich fand auch, die Qualität liegt es an dem Breitbildschirm, dass die Qualität so ein bisschen ausschaut wie verbotene Liebe oder so. Ja, ich glaube, da lässt du dich von dem 4K... Schon, oder? ...täuschen, ja, tatsächlich. Das ist der Sub-Opera-Effekt. Ja, ja, ja. Wenn es zu gut aussieht, dann sieht es so digital und so, naja. Nee, also, um da gar nicht mal aufzugreifen, rein technisch gesehen war er komplett einwandfrei. Also, das ist eine völlig State-of-the-Art-Produktion, er ist gut geschnitten, er hat ein super Grading, er hat ein super Bild, da sind einfach keine Makel drin. Das ist wirklich ein 1A-Film, was ich ja tatsächlich, ich hab mir jetzt so ein bisschen auf so ein bisschen was Dreckigeres, Rotzigeres eingestellt und so und war jetzt tatsächlich eher erstaunt darüber, dass, und das soll jetzt überhaupt gar nicht deformierend klingen, aber dass der russische Film so hochglanzmäßig daherkommt. Gerade wenn er halt so ein bisschen jungerisches Milieustudie und so, also der sieht halt sehr, aber das ist vielleicht auch der Zahn der Zeit, das sieht so ein bisschen Netflixig aus, also es sieht halt so aus wie die ganze Netflix-Produktionen momentan, relativ dunkle gegradet und scharfes Bild und so, also genau, auch so dann so totalen auf diesem Schneefeld und so, also das sind so Bilder, die irgendwie, er ist modern, sagen wir mal so, er hat ein sehr modernes Antlitz. Aber sehr gewollt fand ich ihn. Kann ich jetzt noch ergänzend so meinen. Kann man ihm unterstellen, aber das würde ich, das würde ich milde, milde hinnehmen als junger Regisseur. Ja, so habe ich es empfunden halt. Genau. Aber also jetzt inhaltlich bin ich tatsächlich ganz anderer Meinung. Ich fand den, ich fand es einen sehr guten Film, also wirklich sehr gut. Jetzt keine fünf Sterne, aber da komme ich gleich dazu. Ich finde es, also erstens ist es dann mein Ding. Ich habe schon immer die letzten 20 Jahre wahnsinnig gern Milieustudien und so Milieufilme gesehen. Ich finde es wahnsinnig interessant, in eine Welt einzutauchen, die nicht meine ist, die ich aber ohne sie verstehen zu müssen nachvollziehen kann. Also ich finde es interessant, so die Menschen mit echten Problemen, also Probleme, die echte sein könnten, sagen wir es mal so, Situationen. Und das ist ja der Punkt, also ein Mensch und gerade ein junger Mensch, wobei wahrscheinlich im Prinzip alle, nicht rational handelt im Moment eines, in einer dramatischen Lebenssituation und so. Und im Prinzip, wenn du ein Motiv brauchst für irgendeine der Handlungen, ihr bester Freund ist ganz am Anfang gestorben. Also allein das würde schon ausreichen dafür, dass man sich komplett irrational verhält. Aber da war ja der Hass schon da. Also das war ja, das hat sich ja nicht aufgebaut danach, dass man merkt, oh eine Verzweiflung und jetzt ticken sie durch. Sondern es war von Anfang an eine scheiß Stimmung. Absolut. Und ich mag Milieustudien auch, also so viel nur dazu. Also genau. Nee, aber ich fand ihn schön erzählt und ich fand es eigentlich sogar okay, dass er mir nichts, weil wie du gesagt hast, er mir fand. Es gibt dann die Szene, die too on the nose ist, so, ah, jetzt erklärt er mir das 20 Minuten vor Ende. So, das hat er tatsächlich nicht gebraucht, das hat er nicht nötig. Ich fand es grundsätzlich einen schönen Film, der, glaube ich, eher darauf abzielt, einem ein Gefühl zu vermitteln als einen Inhalt. Und das finde ich kann er, das hat er ganz gut gemacht. Natürlich hat er auch seine Makel, die ich, aber da bin ich dann vielleicht auch zu bescheiden, um mir anzumaßen, dass ich darüber urteilen kann. In dem Sinne, weil ich ganz viel Kulturelles nicht verstehe. Also wir hatten wirklich Situationen, wo wir uns alle angeguckt haben beim Gucken, wo wir gesagt haben, hä, was, was? Nur nochmal zur Erklärung, wir haben ihn auf Russisch mit deutschen Untertiteln geschaut und manchmal kommen Dialoge, wo wir echt so da saßen, so, hä? Genau, so ist es jetzt vielleicht ein russisches Sprichwort, das im Deutschen einfach nicht funktioniert. Oder auch kulturelle Referenzen, es ging irgendwie mal darum, er holt seine Freundin und ihre Schwester vom Balletttraining ab und sagt dann irgendwas über, jetzt hätten wir uns auch ein Uber holen können. Und dann sagt sie, ich mache Werbung für Uber und es stinkt sauer. Und man weiß nicht warum, man versteht die Referenz nicht. Es ist irgendwas mit, ich glaube, das ist nach wie vor so ein anti-westlicher Imperialismus, der irgendwie da mitschwingt oder irgendwas ganz komisches. Also ging es mir ganz oft eben auch, wahrscheinlich euch auch mit, auch mit dem Thema Schwul, Männerbild, Tanzen gehen, also so zwischenmenschliche Umgangsformen, also was ja wirklich einfach, wenn man es kennt, kann man es komplett anders verstehen oder einordnen oder auch als Kritik oder als Ironie oder als, ja, verstehen. Aber das ist ja das Interessante. Und so kommt die Kritik vielleicht einfach nicht so an, weil man nicht weiß, ist das jetzt von dem blöd? Ich finde es jetzt unsympathisch oder ist das von dem Regisseur gerade die Kritik dran? Oder, ja, ganz schwer einordnen. Das Witzige ist ja, also und jetzt überhaupt nicht hier im Raum, aber man akzeptiert ja diese unsekulare Bigotterie im amerikanischen Film. Also es ist ja auch alles immer gottesfürchtig und so weiter. Und wenn es mal nicht ist, dann ist es so gezielt nicht. Also und wir sind in Deutschland da einfach anders aufgestellt. Und deswegen, aber in Amerika schaut man sich das an mit dieser Distanz, die man versteht, weil man die Kultur kennt und weil man weiß, wo da der Zusammenhang besteht. Und beim Russischen, wir verstehen vieles nicht. Und das war tatsächlich mein Problem. Also ich war in manchen Szenen einfach so da, habe mir das angeguckt und dachte mir so, okay, wenn das so da ist, dann bedeutet das jetzt wohl das. Aber ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Man ist zu wenig geübt darin, russische Filme zu sehen. Absolut. Und auch so, also ganz simple Szene. Die Mutter kommt nach Hause und fragt die Großmutter, was gibt es zum Frühstück? Und sie sagt Frikadellen. Und dann ist sie sauer und dann sagt sie, ist was falsch an Frikadellen. Da geht es dann um Vegetarismus noch und so. Aber... Wo man auch nicht weiß, wie das in Russland ist. Ja, vor allem so, ist es denn normal, dass man da Frikadellen zum Frühstück isst? Ich dachte, das wäre schon so, wenn wir sagen, keine Ahnung, Kroatien oder so. Das ist jetzt, dass man gar nicht mehr verrückt hat. Ja, genau. Also was dann so ein Thema. Ob jetzt ein russischer Zuschauer sich dachte schon, beim Wort Frikadellen... Total crazy. ...das zum Frühstück. Ich musste da kurz nachdenken, weil ich dachte so, oh, Fleischpflanzen zum Frühstück, ganz spottlich eigentlich. Das ist schon so ein Katerfisch. Aber vom Ruf her passt das. Aber das ist das, was ich genau meine. Also deswegen tue ich mich einfach schwer bei gewissen Einschätzungen gegenüber gewissen Szenen, weil ich... Ich habe einfach keine Ahnung. Stimmt das so? Ist das rund? Ist das schon irgendwie Kritik? Ich glaube auch, dass der systemkritisch ist. Also da spricht er ja sogar drüber. Also als der... Was du vorhin kurz angesprochen hast, mit diesen Statuen, die in Säure taucht, dieser Künstler. Ist mir zum Beispiel nicht oft gewalt, war das Lenin, oder? Ja. Aber er nimmt auf jeden Fall diese Statue, taucht es in Säure, zieht es wieder raus und dann sagen die anderen so, ja, und was bedeutet das jetzt? Und er sagt, das bedeutet überhaupt nichts. Du bist erst Provokateur, dann bist du großer Künstler. Und wenn du diesen Satz überträgst auf diesen Film, kannst du natürlich auch sagen, okay, er hat mir im Prinzip gerade durch die Blüme gesagt, ich will jetzt einfach mal provozieren und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Und so, also auch solche Sachen kannst du da irgendwie... Aber es ist fraglich. Also, und wie gesagt, dieses ganze Homosexualitätsthema ist ja allein schon Provokation genug. Rammstein haben gerade damit schockiert, dass sich der Bassist und der Gitarrist, die ganz offen gelebt, nicht homosexuell sind, auf der Bühne oft den Mund geküsst haben, ohne Zunge. Und das ist ja schon ein Schock genug für Schlagzeilen. Wo ich auch... Also ich habe den Film anfangs auch gar nicht so bewertet, eben durch diese ganzen kulturellen Sachen, wo ich mir dachte, jetzt mach mal halblang, jetzt versuche ich erst mal zu verstehen, was da los ist eigentlich, ohne es zu bewerten eben. Und dann waren mir aber irgendwann die Charaktere, haben sich zu sehr in ihr Handeln gefügt oder in ihr Umfeld und waren zu sehr Opfer da drin. Also mich hat das dann irgendwann so gestört, dass ich mich dann entschieden habe. Oder das hat mir dann irgendwann so die Stimmung hat es dann gekippt, dass ich mir dann jetzt eben zu diesem schlechten Fazit kam für mich. Weil das eben für mich dann nicht ersichtlich war einfach. Also was ich schon bei so einer Art Doku oder Beobachtungsstudie, studieren möchte ich dann, wenn es eine Kritik... Also ich möchte dann schon entweder eine Kritik oder irgendwas daraus spüren, was jetzt da die Leute kaputt macht, das irgendwie nachvollziehen können. Und die haben sich da so sang- und klanglos gefügt und alle waren gleichermaßen Opfer und sind sich nur auf den Sack gegangen, dass es irgendwie sich dann wieder aufgelöst hat, diese Anfangskritik, also dieses Gefühl, an etwas teilzuhaben oder was zu beobachten, was jetzt groß anprangern oder... Wobei, da möchte ich noch ganz kurz einhaken, weil das stimmt auch nicht ganz. Also ich glaube tatsächlich, dass sehr viel in dem Film... Also ich glaube, da ist politische Kritik drin, da ist Gesellschaftskritik, da ist religiöse Kritik sogar zum Schluss ein Stück weit und so weiter. Aber vor allem, glaube ich, ist es ein Generationskonflikt. Das ist, glaube ich, das, was der Film am meisten behandelt, weil das ist ein wirklich wiederkehrendes Bild. Der Konflikt mit den Eltern und so weiter. Und die entscheidende Szene ist im Prinzip, dass der Vater dieser Mädels später, da wollen wir jetzt nicht zu viel spoilern, aber der Vater von zwei Mädels diskutiert mit der Mutter unseres Hauptcharakters darüber, wie er jetzt unseren Hauptcharakter verprügeln darf. Ja, nicht ins Gesicht, ja, okay, aber in die Seite geht. Dann passt. Genau, und die machen quasi in ihrer Generation eins drüber, ein soziales Abkommen, einen Vertrag, ja, du darfst jetzt meinen Sohn verprügeln, gehen nach unten, wollen das dann durchführen und er sagt, nein, nein, das macht ihr nicht. Ich kann das selber entscheiden. Also es fügen sich nicht alle im Schicksal. Und da ist auch wieder so ein Kulturding, wo man wieder nicht weiß, also... Macht man das da so? Ja, nee, man hat ja nicht gesehen, wohnen die auf dem Land so richtig oder ist das eine große Stadt? Nee, das war schon ziemlich sehr stark. Ja, aber die haben ja auch alle woanders geliebt und also, ob sie ist eine Großstadt, also da würde ich es auch nochmal, auch hier in Deutschland, irgendwie, wenn es total ländlich ist, weiß ich nicht, also da ordnet man ja Leute auch wieder anders ein oder die haben vielleicht andere Werte, wenn sie, keine Ahnung, religiös sind, dann schlagen sie mehr. Nein, aber das war auch wieder schwierig. Die Nuance, die Nuance der verschiedenen Gesellschaftsschichten, die können wir eben nicht einschätzen. Und das tatsächlich in dem Film spielt das, glaube ich, eine große Rolle, weil der Sascha in gehobenen Verhältnissen, wirklich so loftmäßige Wohnung, dann wiederum, wie er zu diesem Piotr geht, die Tür ist ein bisschen so Assi-Tür und so und auch wo die, ich weiß nicht genau, wo sie ganz am Anfang sind. Am Wania, das war auch eher so ein bisschen runtergekommen. Das war so Studentenbude, aber auch so ein bisschen abgefuckt. Weil du das vorgehst, ist mir noch was eingefallen. Ich versuche es mal, also nicht zu spoilern, aber ganz am Schluss, da kommt ja diese religiöse Komponente, was du gemeint hast. Und dann wäre das, also das finde ich jetzt schon fast wieder gut, weil er ja dann, ja, ich erkläre es die Situation nicht, aber weil er dann dieses Religiöse sich anhört und das dann sein Handeln beeinflusst, wo ich dann das Gefühl hatte, das hat er vielleicht schon fast ein schlechtes Gewissen. Du meinst, wo er ein Kind mit Säure umbringen will? Schon fast ein schlechtes Gewissen und dann hat jetzt der, hat jetzt die neue Welt, hat jetzt doch gesiegt und, ja. Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt hier gar nicht spoilern. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wir sind jetzt hier schon relativ lange auf der Uhr, so ein bisschen. Und das war ein wichtiges Thema. Das ist ja auch, ich merke schon, das ist ein spannender Film, um sich darüber zu unterhalten, auch wenn man ihn nicht so gut fand, wenn man ihn gut fand und so. Und außerdem haben wir den, Okay, Entschuldigung. Also ich glaube, Achso, deine Punkte. Also ich, Fazit schuldig. Ja, ich gehe so ein bisschen nach dem IMDb Rating und auf IMDb würde ich ihm wahrscheinlich sieben Punkte geben, also dreieinhalb in dem Fünf-Punkte-Rating. Für mehr fehlt mir dann tatsächlich noch ein bisschen Substanz und fehlt mir ein bisschen sinnvolle Erzählweise, aber so in diesem leicht anarchischen Stil, der so ein bisschen so punktuell einfach Lebenssituation rauszieht und mir die erzählt, fand ich ihn schön erzählt, ich fand ihn visuell gut, ich fand schön Schnitte drin, ich fand das alles eigentlich gut erzählt. Über jetzt die Schauspielleistung finde ich, schwer zu sprechen, wenn man die Sprache nicht versteht, aber es war für mich irgendwie überzeugend. Es war halt nicht so, dass es wie eine Soap gewirkt hat oder so. Also für mich, ich sage dreieinhalb. Okay, wunderbar, dann mache ich es hier kurz, ich versuche es kurz zu machen, weil wirklich, da gibt es ja viel zu erwähnen. Wahrscheinlich wird es jetzt noch ein Fünf-Minuten-Monolog, aber was du gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend, weil das habe ich mich auch während dem Film öfter mal gefragt, so, ja, Schauspieler, keine Ahnung, und zwei kannte ich ja auch schon, aus diesem Leto-Film, den wir vor kurzem angeschaut haben. Und deswegen dachte ich so, ah geil, vielleicht wird das jetzt mein neuer russischer Lieblingsschauspieler oder so, vielleicht, aber mal, dann gibt es da so Szenen, die halt irgendwie so komisch awkward sind und dann schauen sie sich nur an und schauen dann noch vorbei und irgendwie wusste ich dann nicht so, boah, irgendwie, aber das unterstreicht alles, auch dieses Fehlen der Filmmusik und so, ist das halt alles sehr lebensnah, auch dass du halt immer so Szenen hast, die dann mittendrin unterbrochen werden und so, das fand ich halt so strange, aber halt, eigentlich hat das alles stimmig zusammengepasst, auch das ist halt nicht künstlich irgendwie auf abgefuckt, ich habe ja zuerst gedacht, das wird so ein, eben so wie Trainspotting oder so, deswegen war ich ganz erstaunt, dass das alles so clean ist und sauber in den Wohnungen, und auch das Bild war mega clean und alles und so, deswegen, ich fand den, Luxus verwahrlost, ich fand ihn ungewöhnlich, Thema und Machart, aber ich fand ihn halt leider auch saulangweilig, also jetzt ihn zu schauen, fand ich wirklich anstrengend, er hat ja irgendwie eineinhalb Stunden gedauert, ich habe zweimal, dreimal auf die Uhr geschaut, weil ich dachte so, oh Gott, und dann hattest du halt auch keinen einzigen, also man hat ja keinen Plot, wo man denkt so, ja was könnte jetzt noch passieren, weil dann ist ja auf einmal wieder etwas ganz anderes passiert, dann kommt das noch, und hier kommt das noch, und es gab ja keinen Handlungsstrang, der sich irgendwie gegen Ende auflösen hätte können, deswegen dachte ich halt echt so, ja der könnte jetzt noch drei Stunden weitergehen, oder halt gleich vorbei sein, und der war dann auch relativ schnell vorbei, also abrupt, aber wie gesagt, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, habe ich viele neue Aspekte auch daran gesehen, und deswegen haue ich mich einfach mal in die Mitte und sage 2,5 von 5 Punkten. Alles klar, wir sind jetzt am Ende. Ja, vielen Dank für eure Ausgiebe, Ausgiebe klingt so negativ, es war ein schönes Gespräch, und ein sehr umfangreiches, ihr merkt schon, liebe Tele-Stammtisch-Zuhörer, hier wird viel analysiert und diskutiert, deswegen das nächste Mal freue ich mich schon auf einen neuen Action-Blockbuster, den wir mal so richtig analysieren können. Das ist voll okay, da habe ich dann nicht viel zu sagen. Wo man auch nicht, ich wollte gerade sagen, wann, wenn nicht hier. Kam der Typ in den Raum, hat geschossen, war geil. Ja, die Blockbuster-Besprechungen haben wir immer so alle, und dann hat Stumpen. Ja, weil er muss, weil er ein Action-Typ ist. Okay. Sorry für den großen Redanteil, war jetzt mein erstes Mal, und ich wusste nicht auch, wie lange überhaupt. Das war schon, dass man über so einen Film kann man schon mal mehr reden. Genau, jetzt habt ihr eine ausführliche Besprechung, schaut ihn euch an, er läuft ab heute im Kino, und jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal einen umfassenden Gedankenschwall von uns. Was heißt ab heute? Ab heute? Ja. Achter, August ist heute. Soll ich den neuen kommen jetzt gleich? Achter, das ist nicht geil. Es ist nicht geil. Heute nicht. Für meine Nachbarn. Können wir noch eine halbe Stunde rausschneiden. Ja, wunderbar. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, der Basti dürfte heute auch ein bisschen länger und ausführlicher reden, dass sie euch an seine Stimme gewöhnt. Und wir hoffen, dass er auch mal wieder bald dabei ist. Bei einer nächsten Ausgabe des... Telestammtisch. Genau, ich wollte jetzt irgendwie so etwas wie das... Sollen wir es im Chor singen? Analytische Quartett? Nee, das ist eine Trippel. Die analytische Tristesse. Genau, so war es. Vielen Dank fürs Zuhören und hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einladen. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute sind hier für euch einmal ich, Nina Lechthoff. Und ich, Roben Honermeyer. Genau, und wir reden heute mal nicht über Filme, sondern über eine Serie. Und zwar über die Miniserie Tschernobyl. Wer vielleicht mit dem Wort Tschernobyl oder mit dem Begriff Tschernobyl noch nichts zu tun hatte. Es ist eine Dramaserie und die handelt von den Folgen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl von 1986. Richtig? Ja, ich bin da bei dem... Ja, ich muss auch gerade überlegen. Auf jeden Fall vor meiner Geburt. Genau. Lange vor deiner Geburt. Ein bisschen lang vor meiner. Ein bisschen vor deiner Geburt. Auf jeden Fall hat diese Miniserie fünf Folgen eine Stunde. Das ist auch eine Miniserie tatsächlich. Jetzt nach diesen fünf Folgen ist es auch vorbei. Die Geschichte ist auserzählt. Und die lief vom 6. Mai bis zum 3. Juni 2019 auf HBO und auf Sky. Die Serie wurde auch von beiden zusammen produziert. Und der Autor und Showrunner der Serie ist Craig Mason. Den kennst du vielleicht. Kennst du den? Ja, aber hilf mir nochmal auf die Folgen. Genau, also man kennt den als Drehbuchautor von... Ich glaube, so romantische Komödien hat der, glaube ich, gemacht. Mehr oder weniger. Der hat die Scary Movie Drehbücher 2 und 3 geschrieben. Hangover tatsächlich auch 2 und 3. Und er hat das Drehbuch geliefert zu The Huntsman and the Ice Queen. Ja, also alles wirkliche Qualitätsprodukte. Der ist aber auch, hatte ich gelesen, irgendwie hat er mit Magna Cum Laude Psychologie in Princeton, glaube ich, absolviert. Kann nicht schaden, ne? Und der war irgendwie im ersten College-Jahr, glaube ich, mit Ted Cruz, mit dem Politiker, mit dem US-Politiker, in einem Zimmer hat er gewohnt. Oh, gut. Ist auch eine schöne Geschichte, die man seinen Enkelkindern erzählen kann. Genau, aber der ist halt, glaube ich, hat, soweit ich das gelesen habe, ein sehr großer Kritiker von Ted Cruz. Oh, na gut. Aber das ist ja auch nett, dass man diese persönliche Verbindung dann irgendwie liegen lassen kann. Gut, man weiß ja nicht, was davor gefallen ist. Zurück zu Tschernobyl. Genau. Der Regisseur, was bei Serien eigentlich sehr ungewöhnlich ist, alle fünf Folgen wurden von einem Regisseur gedreht. Ja, bei so Miniserien kommt das schon mal vor, stimmt. Von Johann Renk stammt die Regiearbeit, kann man das so sagen? Egal. Der ist auf jeden Fall der Regisseur, der hat aber auch für andere Serien Regie geführt. Und zwar hat er ein paar Folgen Breaking Bad gedreht, auch The Walking Dead und Vikings, da hat er seine Finger mit im Spiel. Und genau, das sind so seine wichtigsten, also das sind halt die Sachen, wo ich mir dachte, das kennt jeder. Er hat auch ein paar andere Sachen gemacht, genauso wie Craig Mason hat auch ein paar andere Sachen geschrieben. Ja. Und Schauspieler auch dabei, viele aus Game of Thrones tatsächlich, viele so Nebenfiguren, die auch mal irgendwie ab und zu am Rand auftauchen. Aber das kann man ja generell sagen, dass ich glaube hauptsächlich oder nur britische Schauspieler tatsächlich daran beteiligt sind. Und das ist vielleicht ja schon mal das Erste, was einem ein bisschen merkwürdig vorkommen kann, weil das ist natürlich eine Geschichte, die in der Sowjetunion spielt, im heutigen Weißrussland, glaube ich, oder Russland? Nee, Weißrussland, da kommt die eine Forscherin her, aber das ist halt Ukraine. Ukraine ist das, genau, ja, stimmt. Und ja, aber es redet da keiner ukrainisch, russisch oder so, sondern sie reden alle, ja, britisches Englisch tatsächlich. Ja, genau. Und das war ja auch so eine kreative Entscheidung, dass man dann gesagt hat, gut, wir haben jetzt diese britischen Schauspieler und bevor wir denen irgendwie so einen komischen russischen Akzent geben, der vielleicht merkwürdig klingt, lassen wir sie einfach ganz normal reden, weil diese Geschichte soll ja im Vordergrund stehen, was da passiert ist und nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Folgen auf Deutsch zur Verfügung gestellt bekommen und habe die nicht auf Englisch geguckt, aber ich habe ein bisschen von diesen Originalstimmen im Podcast gehört, weil es gibt zu der Serie nämlich ein Begleit-Podcast, kann man es Begleit-Podcast nennen, keine Ahnung, gehört auf jeden Fall zu der Serie dazu, mehr oder weniger, da redet der Autor, genau, da redet der Autor mit dem Podcast-Host, ich weiß jetzt nicht mehr mal seinen Namen, auf jeden Fall reden die beiden halt über die Serie und über Entscheidungen, über Figuren und es ist halt, wenn man die Serie geguckt hat, immer sehr spannend, das zu hören, was da dahinter steckt. Ja, halt zum Beispiel, dass sie auch nur britische Schauspieler genommen haben, weil sie sich dachten, wenn wir da jetzt Amerikaner hinstellen, wird es irgendwie komisch klingen und die würden wahrscheinlich auch versuchen, dann so ein bisschen so einen russischen Akzent mit reinzubringen und das hätte auch wirklich nicht gepasst, finde ich. Auf jeden Fall, aber jetzt, wenn man schon über Tschernobyl redet, ich habe es damals ja schon geguckt, du hast es jetzt erst, glaube ich, gesehen. Genau, ich habe ganz frisch geguckt. Genau, und ich hatte es damals gesehen, weil ich noch mein Game of Thrones-Abo weiter habe laufen lassen von Sky und ja, als es anlief, relativ kurz danach, das hat sie natürlich taktisch klug platziert, dass möglichst viele Leute das sehen, ist es ja schon echt ziemlich durch die Decke gegangen, kann man sagen. Und auf IMDb auf einmal in die obersten Plätze der besten Serien aller Zeiten gerückt, das war ja schon erstaunlich irgendwie. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass auf Twitter nur noch Tschernobyl, Tschernobyl, Tschernobyl. Ja, das ist eine Zeit lang auf jeden Fall. Das hatte ich halt noch nicht geguckt, weil mein Abo zu Game of Thrones war halt tatsächlich abgelaufen, ich hatte das dann nicht mehr. Du bist geizig, hast gesagt, nee, das war's jetzt. Genau, wollte ich dann nicht, deswegen wollte ich dann, als es hier die Möglichkeit gab, dann das zu rezensieren, wollte ich das dann unbedingt gucken. Genau, aber wenn die jetzt schon so krass, sage ich mal, aufgenommen wird von der Community, von der Serien-Community, was sagst du denn, Nina, zu dieser Serie Tschernobyl, wie hat es dir gefallen? Ähm, ich würde sagen, die hat mir ganz gut gefallen, also auch richtig gut, vor allem halt, was die Bild sprach und die, ja, dieses gesamte Setting hat mir total gut gefallen, auch dass es so authentisch aussah, du hast das halt gesehen und das ist sofort 80er Jahre und dann hast du noch ein bisschen gesehen und dann hast du, ach ja, 80er Jahre Ostblock. Ja, es ist ja auch nicht so ein wirklich abgegriffenes Bild oder so, irgendwie so eine ukrainische Stadt in den 80ern oder so, wie oft sieht man das jetzt schon? Ja, halt so gar nicht und ich fand das auch, stammt auch vom Begleit-Podcast, diese Erkenntnis, die haben das nicht in Tschernobyl gedreht, weil erstens, ne, zu hohe Strahlung und zweitens, weil die Stadt da nicht mehr so aussieht. Ist mir gar nicht so irgendwie in den Sinn gekommen, aber klar, die ist halt seit 30 Jahren jetzt fast verlassen. Ja, beziehungsweise Tschernobyl glaube ich nicht, aber dieses Pripyat oder wie das heißt, genau, das ist eine komplette Geisterstadt, da steht auch irgendwie noch so ein Riesenrad irgendwie da rum, das ist wirklich sehr, sehr unheimlich tatsächlich, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Und ja, wie du schon meintest, die haben das dann, glaube ich, in einer anderen ähnlich aussehenden Stadt irgendwie gedreht und haben dann, glaube ich ... Ja, genau. Ich glaube, in Estland oder Lettland oder irgendwie sowas. Aber wenn man das mal vergleicht, so wie das früher da aussah und da, das ist schon wirklich extrem gut gemacht, das muss man schon sagen. Aber bevor wir weiter mit unseren Meinungen hier wieder weiterreden, lass mal die Geschichte kurz zusammenfassen, weil klar, jeder kennt Tschernobyl, jeder weiß, hoffentlich weiß, was da passiert ist. Wer es nicht weiß, da ist ein Kernkraftwerk mehr oder weniger explodiert und da ist jede Menge radioaktives Material irgendwie zutage getreten und hat sich über ganz Europa verteilt. Und was wir aber hier sehen, ist nicht die ... Ja, doch, man sieht schon ein bisschen die Explosion und diesen Unfall sieht man auch ein bisschen. Aber es geht eigentlich darum, was danach geschah, wie die Leute damit umgegangen sind, was die Leute gemacht haben, um diesen Super-GAU ein bisschen einzudämmen, sodass es halt nicht ganz Europa zerstört. Genau, es geht ja, glaube ich, direkt los, mehr oder weniger, so ein, zwei Szenen kommen noch vorher, es geht im Prinzip direkt los mit diesem, also dem Tag nach diesem Sicherheitstest, glaube ich, wo sie in dieser Nachtschicht da mehr oder weniger haben und dann halt wirklich dieser Unfall passiert. Also wirklich genau der Stichtag ist quasi auch das, womit diese Serie anfängt und dann geht's darum, was danach passiert ist. Und ich meine, das ist ja auch das, was auch wirklich, sag ich mal, die Welt dann bewegt hat, so, ne, mit der Strahlung, die dann eben ausgetreten ist. Was können wir jetzt noch essen, so, weiß ich, also weiß ich heute noch von meinen Eltern, so, dass die das sagen, so, dass da total die Unsicherheit war, auch in Deutschland unter anderem, ja, was man jetzt überhaupt noch konsumieren kann und darf man überhaupt rausgehen in der Sonne und so Sachen und saurer Regen und so. Also das sind ja halt, ist ja halt vor allem das, was diese Katastrophe so, so denkwürdig gemacht hat, diese, diese Nachwirkungen dann eben. Und das zeigten diese Serie anhand eben von einem beziehungsweise zwei Wissenschaftlern, also einen Wissenschaftler, glaube ich, und einen Regierungsbeauftragten, die mehr oder weniger in dieser Kommission sind. Genau, eine Wissenschaftlerin gibt's dann auch noch und, ja, die sich dann eben darum kümmern müssen, das irgendwie wieder in den Griff zu bekommen, so, und auch teilweise so gegen die Widerstände des Staates der Sowjetunion, der eigentlich das nicht so gerne hat, dass das Ansehen dieses Staates da, ja, darunter leidet unter dieser Katastrophe. Und, aber nicht nur sie sind wichtig, die sind halt klar die Hauptfiguren dieser Serie, aber was ich auch sehr spannend finde, ist, dass, ähm, dass es durch andere, ähm, Menschen, andere Figuren auch andere Seiten gezeigt werden. Wie zum Beispiel, ähm, hat man sehr viel mit einer Frau, mit Ludmilla, glaube ich, heißt sie, zu tun. Ähm, man sieht, ihr Mann ist Feuerwehrmann bei der, bei, bei der Stadt, Pripyat, und der wird halt einberufen sozusagen, sollst halt zu diesem, zum Kernkraftwerk Tschernobyl da hingehen und, äh, das Feuer löschen, weil sie dachten erst, das ist halt nur ein Feuer, es hat irgendwie, was ist irgendwie, was in die Luft gejagt worden und, äh, da brennt es, wir müssen das, äh, Feuer, diesen Feuerwehreinsatz, äh, da irgendwie machen. Und, äh, ihr Ehemann war dabei und er ist dann halt auch an dieser unglaublichen Strahlung dann gestorben. Zusammen mit, äh, seinen Kollegen, die auch, äh, sehr darunter gelitten haben. Und, äh, man kriegt sehr viel mit, äh, durch sie, was, ähm, vor allem halt auch, was die Bevölkerung angeht, was die für, was sie für ahnungslose Leute waren halt. Weil es war halt, ja, heutzutage auch unter anderem wegen Tschernobyl weiß man halt, oh, nuklear erst mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber, ähm, damals anscheinend war halt so, ja, macht ja ... Ja, das war halt, äh, eine gute Alternative halt zu dem, was es halt sonst gab. War billig und, äh, nicht so, war ein bisschen grüner, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt den, den, ähm, äh, den, äh, Müll quasi am, äh, am Ende dann, äh, quasi ausklammert. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber da sprichst du schon was, äh, Interessantes an. Ähm, also ich fand die Serie, können wir jetzt auch mal sagen, ähm, ich fand die auch sehr gut. Und, äh, weiß nicht, ob ich sie so hoch bewerten würde, wie sie jetzt, äh, gemacht wurde. Die allerbeste Serie aller Zeiten. Genau. Also, ich mein, dafür, äh, sind's dann, ist es dann ja vielleicht auch nicht so eine sehr lange Serie, so, ne? Also, sie, äh, geht ja jetzt auch, wie gesagt, noch fünf Folgen. Und es fühlt sich halt dadurch, glaub ich, dass, äh, immer die gleichen Personen beteiligt sind, eher so an wie wirklich ein langer Film, glaub ich, kann man sagen. Äh, äh, und, äh, ja, also das ist auf jeden Fall, äh, mitreißend. Und vor allem, äh, ist es gut, dass, äh, äh, ja, eine Serie eben das schafft, was, wofür meiner Meinung nach Serien eigentlich so da sind, dass sie eben Figuren nicht schwarz-weiß darstellen müssen, sondern dass sie denen wirklich viele Facetten und Aspekte geben. Und, äh, interessanterweise schaffen sie das auch bei diesem großen Staat der Sowjetunion, die ja ganz oft auch in Hollywood-Medien und so, äh, also in Hollywood-Filmen so einfach nur die Bösen sind, so. Ja, und auch die, so, wir sind halt total versteift und machen, sind die Bürokraten, was sie halt natürlich sind. Ja, was ja, beziehungsweise jeder Staat ja auch auf irgendeine Weise ist. Aber es ist halt nicht so, dass, ähm, naja, diese Wissenschaftler, äh, Wissenschaft betreiben wollen und, und die, äh, Sowjetunion dann einfach pauschal sagt, so, äh, nein, auf keinen Fall, äh, wir lassen das jetzt so, wie wir das gerne möchten und so. Sondern, ähm, es wird ja auch wirklich Widerspruch zugelassen und so, zum Beispiel, wenn, äh, an einigen Stellen so, äh, und, äh, naja, es ist nicht so, als ob dann Leute direkt ins Arbeitslager gehen, wenn sie irgendwie, äh, eine Anmerkung haben, äh, wie man vielleicht Dinge machen könnte. Aber was natürlich trotzdem bei rauskommt, ist, ist, dass, wie gesagt, die Sowjetunion halt in dem Fall da sehr, ähm, äh, ja, eine große Katastrophe auch innerhalb von sich selbst so, ähm, gestürzt ist. Ich glaube, der letzte Präsident hat auch irgendwie am Ende gesagt, Gorbatschow, genau, dass, äh, wahrscheinlich Tschernobyl auch so ein bisschen am Ende dazu geführt hat, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist, weil das halt wirklich so eine große Katastrophe war. Aber wie gesagt, ähm, selbst die werden halt nicht so komplett schwarz-weiß dargestellt. Und genau so gilt das für alle Figuren, auch die Wissenschaftler sind, nicht einfach nur die strahlenden Helden und so, sondern... Ich finde aber auch, dass die Schuldigen sozusagen, also die, die, ähm, verantwortlich waren für diese, für dieses Kernkraftwerk, werden auch nicht schwarz-weiß dargestellt. Genau. Sondern halt als, ähm, Leute, die in diesem System drin sind, drinstecken. Und halt, ähm, wo es halt wirklich darum geht, den nächsten Schritt zu machen auf der Karriereleiter. Also, du, wenn ich, wenn wir das jetzt schaffen, dann gehe ich hoch und dann kommst du nach und dann kommt der andere nach. Ja, beziehungsweise auch irgendwie Aufträge, äh, zu erfüllen und so und die Rolle einzunehmen. Und das ist dann ja auch immer, äh, also das ist ja gut, wenn das eine Serie schafft, wirklich, äh, dann, also vor allem so eine, so eine, die auf so historischen Ereignissen basiert, dann eher so ein System zu hinterfragen, äh, und nicht, äh, das einfach auf so ein paar Schuldige zu schieben, sozusagen. Und das, äh, funktioniert auf jeden Fall, äh, schon gut. Es gibt, ähm, auch ein bisschen Kritik teilweise von, äh, einigen, äh, Wissenschaftlern und so, was die Authentizität angeht. Also, ich glaube, insgesamt ist so die Meinung, es ist schon alles sehr, so die wichtigsten Eckdaten kriegt die Serie schon sehr gut hin. Das ist ja bei so einer, äh, historischen Serie auch immer wichtig. Aber, da du jetzt auch schon die, äh, Ludmila heißt, die, glaube ich, angesprochen hast, ne? Ähm, tatsächlich, äh, macht es, äh, macht die Serie so ein bisschen Fehler, was die Darstellung von, ähm, Radioaktivität angeht. Tatsächlich, weil, äh, in Wirklichkeit, habe ich in einem Forbes-Artikel, glaube ich, gelesen, ist es tatsächlich nicht so, dass, äh, ja, Radioaktivität von Menschen ansteckend ist. Äh, also wenn du die, äh, deine Kleidung entsorgst und dich wäschst und so weiter, dann ist es halt, ist es halt nicht ansteckend so. Und, äh, aber die Serie so gerät es halt so. Und das, ähm, naja, also ich meine, es kann mitunter halt schon dazu führen, dass Leute dann, äh, doch vielleicht auch unberechtigt, unberechtigterweise da, äh, so ein bisschen Angst vorhaben können. Und das ist ja auch ein bisschen was, was bei dieser Serie, äh, passiert. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil, äh, dadurch wirkt es halt so ein bisschen effekthascherisch, sag ich mal, und so ein bisschen Hollywood-mäßig, dass, äh, ja, wie so der große Zombie-Virus oder so, der Leute irgendwie ansteckt und dann, äh, verbreitet sich das und so. So ist es ja nicht, sondern, ähm, ähm, ja, die Strahlung überträgt sich ja vor allem halt durch die Strahlung eben und nicht durch die, äh, Personen. Und, ja, das ist ja schon was relativ Großes, was halt schön gewesen wäre, wenn sie das hinbekommen hätten. Ja, aber was ich, ähm, ich hab ja schon erzählt, dass ich die, die Bilder halt total toll finde. Und ich finde auch, ganz am Anfang, wenn man diese Explosion sieht, ist es nicht so wie in einem x-beliebigen Hollywood-Film, dass man drin ist und es explodiert und überall sind Flammen und überall sind Explosionen, sondern das sieht man halt sehr, sehr weit aus dem, bei Ludmilla zu Hause ist man und man guckt aus dem Fenster und da explodiert was. Man sieht nur so eine Explosion und nach einer Zeit spürt man so die, dann die, ähm, die Schallwellen, die dann ankommen. Das fand ich halt total gut gemacht und auch, ähm, ganz, äh, ja, eine ganz coole Idee eigentlich. Und, ähm, aber was ich halt am schönsten fand an diesem, an dieser Serie ist, äh, ein bisschen so die Transferleistung, dass halt die ganze Zeit über Tschernobyl geredet wird und wie es da vertuscht wurde oder halt nicht wahrhaben, was, oder wie die Leute da die oberste Ebene nicht wahrhaben wollten, dass dieser Unfall doch sehr krass war und man irgendwie mit Leuten vielleicht reden sollte, die halt nicht in der Sowjetunion sind. Das ist halt aber, ich hab dann verstanden so ein bisschen, halt nicht komplett, aber ich kann schon was schämen, wenn Leute an Verschwörungstheorien glauben, weil so dieses Lügen von, äh, institutioneller Seite so, und dass man halt vielleicht nicht alles glauben sollte, aber halt auch ein bisschen nachdenken sollte, nicht, äh, vielleicht auch auch die Wissenschaftler vielleicht so hören sollte, die dann da, ähm, äh, versuchen, die Wahrheit rauszufinden, aber irgendwie von allen Seiten mehr oder weniger einen auf den Deckel bekommen, weil, nee, das ist halt nicht das, was wir hören wollen. Ähm, das fand ich halt auch richtig interessant und, ähm, so zu zeigen, wie, wie krass Menschen sein könnten, die halt die Wahrheit nicht anerkennen wollen, weil es halt einfach zu krass wäre, diese Wahrheit wirklich anzuerkennen. So für den Staat meinst du jetzt? Genau, ja, also generell auch die Menschen halt, die da waren, da hast du halt alles nicht so schlimm. Vor allem so die, die älteren Menschen so, so, da, da denke ich halt an den einen Arzt, der, ähm, in Pripyat, ähm, Nachtschicht hat, glaube ich, und wo dann die ganzen Feuerwehrleute und die ganzen Leute kommen und er die, ähm, Leute mit Verbrennung halt mit Milch behandeln will und die jüngere Ärztin, äh, kommt und sagt, ja, nee, so funktioniert das nicht. Was ich übrigens auch, ähm, sehr schön fand, das habe ich aber auch erst durch den Podcast gemerkt, ähm, die ganzen Frauen, die da in den Krankenhäusern sind, das sollen halt wirklich Ärztinnen sein. Ich dachte, das werden die ganze Zeit, das ist halt so ein bisschen, ja, so dieses, da merkt man auch die eigenen Vorurteilen. Ach so, also du dachtest, das sind halt irgendwelche Krankenschwestern oder so. Das sind halt die Krankenschwestern, genau. Ja, okay, aber das sind, äh, genau, das hatte ich, dachte ich auch so, ach ja, krass, ja, hm, ja, selber schuld, musst du ein bisschen offener sein. Ja, ja, auf jeden Fall, aber, ja, damit sprichst du ja schon, es ist auf jeden Fall nicht, äh, jetzt abgesehen von den paar Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe, ist es halt auch nicht so, äh, die typische Hollywood-Serie, was halt so bestimmte Sachen angeht, die man halt so kennt aus so Katastrophenserien und, ähm, ja, äh, durch das, was du auch schon jetzt angesprochen hast, glaube ich, ist es halt auch so ein bisschen exemplarisch für so Katastrophen, äh, diese Serie, so wie halt damit umgegangen wird und wie halt so, äh, komplett die Kontrolle entgleist, dass man eben, äh, wie du schon meintest, äh, wahrscheinlich in so einer Situation nicht denkt, dass das jetzt gerade passiert, so, ne, also, dass man das nicht zugeben möchte für sich selber, sodass, äh, jetzt gerade wirklich, ähm, wirklich die Katastrophe eingetreten ist, ähm, ja, sondern denkt, das passiert ja nur den anderen Leuten, das passiert ja nur sonst wo, äh, und, ähm, ja, das passiert ja schon ganz gut. Oder auch sich auch zu überlegen, äh, ist ja nicht schlimm, ist ja nur 3, irgendwas, äh, auf der Geigen, auf dem Geigen, im Geigerzähler, Geigen, im Geigerzähler und, äh, nicht drüber nachzudenken, dass es einfach die maximal, äh, der Maximalwert einfach von diesem Geigerzähler ist, dass man sich ja denkt, ach, ist ja nicht so schlimm, ist ja wie, äh, geröntgt werden, so ein paar Mal. Ja, und du arbeitest vielleicht in so einem Kernkraftwerk und denkst dir, ja, äh, äh, das, das läuft schon alles, äh, sicher und so, das ist schon alles abgesichert und so, ich mache hier so ein bisschen und dann passt das schon alles, ähm, klar, also ich meine, bis dahin hatte man ja auch nie so die Erfahrung gehabt mit solchen Katastrophen von daher, ähm, ja, also wie gesagt, es ist schon, glaube ich, äh, eine Serie, wo man, ja, wirklich, wirklich einsteigen, äh, kann und wirklich sich sehr gut, äh, ja, sehr gut mitfühlen kann einfach mit den, mit den Figuren und dieser Zeit und, äh, das sehr gut, glaube ich, nachempfinden kann. Deswegen, ähm, du hast gesagt, so dieses Visuelle gefällt dir so supergut. Ich muss sagen, mir sind kaum Kameraeinstellungen oder so in Erinnerung geblieben, so einfach, weil ich so mitgerissen war irgendwie von der Handlung und allem, dass ich da wirklich nicht drauf geachtet habe. Das Einzige, was ich, ähm, wirklich sehr gut fand, gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ein Spoiler ist, aber es gibt, äh, halt diese Situationen, wo, äh, halt Arbeiter so auf, auf so einem Dach so aufräumen müssen und, und quasi, äh, wenig Zeit haben, um, äh, so Trümmerschutt, äh, ja, runter, runterzuwerfen sozusagen. Ähm, und, äh, das ist, glaube ich, in, in einem One-Shot auch gedreht, äh, also in einer Plansequenz und, äh, ja, du siehst wirklich, wie diese Arbeiter da verzweifelt versuchen, innerhalb von einer Minute oder so. 90 Sekunden, ja. Ja, oder 90 Sekunden möglichst viel von diesen, äh, Trümmern da, äh, vom Dach zu schaufeln und du merkst einfach, es hat überhaupt keinen Sinn. Ja. Nehmen so eine kleine Schaufel und, äh, tun sie es weg und es ist einfach nur schlimm, sich das anzugucken, weil, äh, natürlich die Strahlung so total präsent ist und, äh, das war, äh, aber was ich halt auch... Fand ich schön inszeniert. Das fand ich auch sehr schön inszeniert, aber die Szene mit den Tauchern, mit den Leuten, die halt in dieses Wasser rein mussten und dann die ganze Zeit diese, dieses Geräusch vom Geigerzähler und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und dann hast du nur das im Kopf und das fand ich halt und dann gehen auch noch die Lampen aus. Äh, ich war mega klaustrophobisch in dem Moment und, ähm... Ja, für Klaustrophobiker ist das, äh, allerdings nichts, das stimmt. Genau, ja. Aber jetzt haben wir sehr, sehr viel, äh, Lob hier rausgelassen. Gibt es irgendwas in der Serie, was dir nicht so gut gefallen hat? Ja, also das eine habe ich jetzt natürlich schon, äh, gesagt, äh, das fand ich halt ein bisschen schade. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die jetzt nicht ganz, äh, ganz korrekt sind. An einer Stelle stürzt so ein Hubschrauber zum Beispiel ab, äh, das ist tatsächlich passiert, aber unter komplett anderen, äh, Voraussetzungen zum Beispiel. Aber da muss ich sagen, äh, gut, das sind halt so kleine dramatische, äh, Änderungen, aber sowas wie eben die Radioaktivität, ich glaube, da hätte man dann noch so ein bisschen mehr, äh, Recherchearbeit einstecken können, um, äh, das eben auch wirklich möglichst authentisch zu, ähm, machen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, du meinst, diese drei, ähm, ich glaube, drei sind es am Ende so wirklich Hauptverantwortlichen, äh, werden von der Serie jetzt nicht so wirklich dahingestellt, äh, würde ich auch sagen. Äh, die werden jetzt nicht, äh, so als Einzelne beschuldigt, ähm, trotzdem gerade in der letzten Folge, wo es wirklich so nochmal um die komplette Aufarbeitung geht, ähm, ja, hatte ich schon teilweise das Gefühl, äh, obwohl die Serie vorher diese Thematik total komplex behandelt hat, äh, stellt sie diese Figuren dann doch dann so ein bisschen dahin, als ob, äh, naja, das jetzt irgendwie, äh, der Hauptgrund, äh, für alles gewesen ist. War es ja irgendwie auch so ein bisschen, weil sie waren ja auch, äh, waren ja auch wirklich in der Position, wo sie es hätten verhindern können. Ähm, ja, aber es ist, fand ich ja so ein bisschen schade, dass einen die Serie dann mit diesem Bild so ein bisschen entlässt. Ähm, genau, äh, dadurch, dass sie eben vorher sich bemüht hat, diese ganze, diese ganze Problematik so komplex zu verhandeln. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ich, ähm, hab auch ein klitzekleines, äh, so ein bisschen, äh, so eine Kritik. Und zwar, dass, ähm, wir hatten ja Ludmilla angesprochen. Äh, ich finde ihren Strang halt gut eingeführt und zu Ende gebracht. Aber es gibt auch noch einen Handlungsstrang von den Liquidatoren, den sogenannten. Also die Leute, die, ähm, die Leute, die zu der Armee dazugehörten und auch welche, die einberufen wurden, die halt, äh, helfen sollten im Umland von Tschernobyl, ähm, oder im Umland von Pöpjad auch. Die sollten halt die Wälder abholzen, damit da irgendwie davon keine Strahlung ausgeht und auch die ganzen Tiere. Genau. Ähm, töten und, ähm, in Zement begraben. Also Hunde und so, die noch da geblieben sind und so. Genau, und, ähm, das fand ich halt auch mega berührend und total schlimm. Und auf einmal waren die weg. Ja, ja, die haben nicht wirklich viel Raum eingenommen, ne? Nee. Also es gab irgendwie ein, zwei Folgen oder so. Ja, und das war. Und man hatte das Gefühl so, dass, das, da wird jetzt noch, da passiert jetzt noch viel, aber, äh, stimmt. Ja, genau. Aber es war halt so, ja, auf einmal hatte ich auch, hatte ich irgendwann so, hä, wo sind sie jetzt hin? Die sollten doch, die waren doch in der letzten Folge da, warum sind sie jetzt nicht mehr da? Ja, also wo da halt auch so eine, halt irgendwas sagen dazu oder irgendwie noch eine Folge, irgendwas zeigen, wo, wo die dann halt weggehen oder so. Zumindest eine Szene oder so, wo sie nochmal reflektieren und irgendwie so. Ja, gut, stimmt, das kann ich verstehen. Ich hatte es jetzt auch schon fast wieder vergessen, dass es diese, äh, diese Person gab, aber ja. Aber was ich auch, ähm, ich fand den Podcast auch richtig gut, halt, ähm. Vielleicht sagst du es nochmal, wie heißt der denn? Der heißt Tschernobyl. Tschernobyl einfach. Genau, einfach Tschernobyl googeln. Gibt es auf YouTube, ich weiß nicht, ob mit Bild, aber es gibt auf jeden Fall überall zu finden, wo man Podcast, Podcast, äh, hört. Ähm, aber das hatte für mich auch im Endeffekt so eine Art Krückenfunktion. So, es sollte ein bisschen helfen zu erklären. So, welche Personen sind halt da, was, was war deren echtes, äh, wie waren die in echt? Was ist in echt passiert? Was haben wir halt dazu gedichtet? Weil die haben auch in der zweiten Folge vom Podcast auch erzählt, dass diese Wissenschaftlerin halt tatsächlich eine erfundene Figur ist. Das, äh, steht aber auch am Ende tatsächlich, wenn die, äh, Textblöcke dann da sind, was wirklich passiert ist. Aber das, das halt, fand ich halt gut, dass man halt das auch, ich hab halt mehr oder weniger die Folgen geguckt und den Podcast gehört. Und, fand ich halt gut, dass es halt so, ah, okay, dann muss ich halt nicht alles, aber halt, dass, äh, irgendwo in der Sowjetunion halt Fenster aufgemacht wurde, Alarm ist geschlagen und dann haben die Fenster zugemacht und gemerkt, oh, hier ist Strahlung in der Luft, warum auch immer draußen. Das ist halt echt, und das fand ich halt gut, aber es war dann auch, ähm, so ein bisschen so, um Erklärung, um Erklärungen zu liefern, die halt man halt auch hätte vielleicht in der Serie liefern können. Ja. Ich weiß halt nicht wie, aber es war halt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl manchmal beim Zuhören. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich hab, äh, glaube ich, erst, nachdem ich's halt komplett abgeschlossen hab, also um auch Spoiler, in Anführungszeichen, zu vermeiden, äh, hab ich, äh, mich erst danach. Aber die machen halt pro Folge, eine Folge ist ein Podcast. Genau, aber deswegen hab ich mich erst danach halt so informiert, was, ähm, was, ähm, was da halt noch passiert ist. Äh, und, äh, aus dem Grund, äh, hatte ich, äh, das jetzt halt nicht so als Begleitmedium und, äh, fand's, also erst mal auf jeden Fall trotzdem mitreißend und, äh, naja, ich find, das ist ja eigentlich immer gut, wenn es so, so historische Stoffe schaffen, dass man wirklich Bock hat, auf Wikipedia direkt zu gehen, äh, und sich anzugucken, was da wirklich passiert ist, oder sich noch eine Doku, da gibt's auch, es gibt ja superviele Chernobyl-Dokus, ähm, auch vorher schon, und, ähm, ja, also wenn man wirklich selber dazu angehalten ist, äh, auch zu recherchieren und halt zu gucken, und ich mein, durch so einen Podcast geht das natürlich auch richtig gut, ähm, von daher fand ich das jetzt eigentlich, äh, gar nicht so schlimm, dass einem nicht alles erklärt wurde, sondern, dass man Lust bekommen hat, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, äh, nochmal ein bisschen tiefer. Also, jetzt haben wir unsere positiven und negativen Seiten aufgezählt, aber Ruben, was ist jetzt dein Fazit so generell zu der Serie? Ja, mein Endfazit ist auf jeden Fall, dass es eine, äh, sehr, äh, sehr, ähm, atmosphärische, äh, historische Miniserie ist, ähm, ja, wie gesagt, ob sie wirklich so gut ist, wie sie teilweise gemacht wird, äh, kann man vielleicht ein bisschen bezweifeln, wir haben jetzt schon so ein paar Kritikpunkte mit einbezogen, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ist sie für ihre fünf, äh, Folgen wirklich, ähm, ja, also kann man sie wirklich sehr gut, äh, hintereinander, äh, weggucken und hat dann, äh, ja, es ist, man kann vielleicht auch sagen, es ist keine Feelgood-Serie so, man fühlt sich nicht besonders gut, äh, nachdem man es gesehen hat, aber, äh, ja, man hat viele Einblicke bekommen, äh, in so ein System, wie das damals funktioniert hat und, äh, wie gesagt, wird angeregt, äh, sich auch weiter darüber zu informieren und das ist eigentlich das, was ich von so einer Serie haben will und, äh, deswegen wollen wir jetzt schon die Punktwertung, äh, mit einfließen lassen, genau, würde ich sagen, äh, vier von fünf Sternen würde ich da auf jeden Fall für geben, ähm, genau, äh, ist wirklich eine qualitativ sehr hochwertige Serie und es ist, ich finde es immer ein bisschen schade, dass sowas dann immer, äh, auf HBO kommt und, äh, sehr, sehr selten irgendwie mal auf Netflix oder so, äh, obwohl da so, so viele Serien erscheinen, aber wenn dann mal so eine HBO-Serie kommt, dann, äh, sand die richtig ab und, ähm, ja, also das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich, äh, schließe mir die an und gebe auch der Serie vier von fünf Punkten, halt gute Schauspieler, gutes, gute Kulissen, eine sehr gute Serie allgemein, aber halt die Figuren, die halt teilweise einfach so verschwinden, fand ich halt nicht so pralle und, äh, was mir jetzt wieder eingefallen ist, ähm, der Soundtrack ist auch sehr im Hintergrund, weder aufdringlich noch sehr präsent, also es ist halt so... Genau, es ist halt sehr unterstützend, ne, und nicht, nicht, äh, so forcierend. Genau, und das wollte ich nochmal, äh, kurz wieder einwerfen und, ähm, genau, also hört euch den Podcast an, guckt euch die Serie und die könnt ihr auf Sky sehen oder ab dem 6. September kommt ihr auch auf DVD und Blu-ray raus, äh, von uns beiden einfach ein dickes, fettes, auf jeden Fall gucken. Absolute Empfehlung, ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, dann verabschieden wir uns, mein Name ist Nina Lechdorf. Und ich bin Rom Wunermeier. Tschüss. Tschüss. Tschüss.